Ich habe gerade gesagt, ich habe mir noch eben was zu essen gemacht. Ich habe schon gedacht, dass ich alleine heute Tiny Tinas mit anderen spielen muss. Da kommt der feine Herr wieder auf der letzten Minute mal reingeblüht. Irgendjemand wusste es ja tun. Hast du wieder einen Tag verpänt oder was? Ja, du bist 14 Uhr, ne? Du hast es gut. Du kannst schlafen. Weißt du, wie das bei mir ist? Wir haben Freitag, ich komme um 1 Uhr nach Hause. Ich setze mich kurz hin. Ich wache gegen 8 Uhr wieder auf. Ess kurz was. Geh schlafen. Das ist immer lustig. Ich gucke mir immer irgendwelche Videos an, die mich interessieren. Mach kurz die Augen zu. Guck da in meine Playlist. Oh, okay. Das waren jetzt 7, 6 Stunden Videos. Cool. Wie lange habe ich geschlafen? Und das Handy hat natürlich dann noch 1% exakt immer, wenn man aufwacht. Ich kenne das so, dass deine innere Handy-Akku-Warnfunktion, die dir satt ist, dein Handy aller geht, die dich dann wieder aufwägt wahrscheinlich. Exakt. Ich bin lieber 1% scheiße. Und dann mal kurz irgendwas essen, was gerade auf dem Tisch steht, egal was es ist, und dann wieder ins Bett gehen. Ja, ich wünschte, ich könnte mal ständig schlafen. Dann würde ich am Wochenende nicht schon am Arsch früh aufstehen. Ich habe 3 Stunden Schlaf in der Woche. Jeden Tag. Ich hätte auch die letzte Woche 8 Stunden Schlaf über mehrere Tage verteilt, aber ich hatte 8 Stunden Schlaf. Ja, bei mir ist es wirklich schlimm. Wenn ich mal wirklich dann nicht schlafen kann, dann habe ich das Problem... Ich habe eher das Problem, selbst... Dann nicke ich halt vielleicht mal ganz kurz für ein paar Sekunden bei der Arbeit weg und dann... Und dann habe ich plötzlich ein großes Loch in meinem Handschuh. Wie ist das passiert? Oh, ich hatte noch den Schleifer in der Hand. Hm, das wäre jetzt knapp. Ja, beim Handwerk einzuschlafen, sollte man nicht tun. Ja, ich weiß, das passiert, wenn es hochkommt, einmal im halben Jahr oder so. Das war jetzt letzten Freise... Also gestern. Du fährst nur deine Handschuhe und nicht deine Fingerkuppe ab ist. Ja, du, ich wache dann immer durch die Vibration auf und merke, oh... Okay, gut, vielleicht habe ich ein bisschen wenig geschlafen. Okay. Ich meine, spätestens wenn deine Fingerkuppe ab ist, dann würdest du aufwachen durch den... Durch den stehenden Schmerz sollst du... Ich habe eine extrem hohe Schmerztoleranz. Ich glaube nicht, dass mich das aufwecken würde. Spätestens wenn es mit deiner Hand ab ist, sollst du das schon bemerken. Das wird dein Körper dir schon... Durch den Blutverlust würdest du dann irgendwann ohnmächtig werden. Das ist dann wahrscheinlich... Du wirst einfach ohnmächtig und vom Schlaf zur Ohnmacht einfach übergehen. Das ist dann einfach... Und dann stirbst du einfach... Einfach von Schlaf zur Ohnmacht, zur Tod. Das ist einfach... Ich meine, das kann auch ein entspannter Tod sein. Das kann auch ein entspannter Tod sein. Das ist einfach... Ja, aber zurück zum Spiel. Wir wollen heute Würfel suchen gehen, habe ich gehört. Mhm. Okay, ich bin schon in der Stadt. Ja, und zwar in den Gebieten, die wir jetzt haben. Die Stadt machen wir... Ich würde sagen am Ende, weil das Gebiet ist... Na, wobei wir können 90% von den Würfeln bis dahin machen. Ich muss nur den Guide kurz aufmachen. Würfel, du meinst? Das ist Watch Dogs. Das ist was anderes. Hier, das ist es gewesen, oder? Nein. Das hier ist es. Oh, neue Punkte macht zu fast. Das störe, die Lara in der Oberwelt steht bei mir. Äh, das ist egal. Wir machen jetzt erstmal hier die Stadt fertig, würde ich sagen. Und mein Spiel engt. Ja. Dann kann ich dich nicht mal in der Stadt rumführen. Queens Gate brauchen wir. Nein, Quatsch. Wir können noch nicht alle machen. Wir machen jetzt erstmal... Bright Hoof, würde ich sagen. Bin ich schon in der Welt. Jeder braucht Werkzeuge der Zerstörung. Ich kann mit der Nachfrage... Das ist schön. Du hattest hier noch irgendwo eine Sidequest angenommen, letztes Mal. Okay, mein Spiel ist heute sehr... Liegt das daran, dass du gerade versuchst zu joinen, oder? Ich bin schon längst drin. Mein Spiel hängt sich sehr... Hat sich gerade zum zweiten Mal aufgehangen. Das ist... Das ist nicht gut. Beziehungsweise auf der selben Map. Ja, du bist bei mir auf der Map. Ich laufe hier bei der Schmiede rum. Ja, wie gesagt. Ich würde sagen, wir gehen nach Dingensnach. Ja, nicht da hin. Oh Gott. Das können wir heute vergessen. Das ist ja... Ist dein PC... Geht dein PC jetzt wirklich in die Knie langsam? Das geht gerade wirklich. Ich habe gerade ernste Probleme. Ja, das ist nicht gut. Ich habe irgendwie aufgehangen. Ich kann mich hier nicht flüssig bewegen, um dass es sich aufhängt. Das ist blöd. Mal schauen, ob es sich wieder beruhigt. Ja, wir probieren es mal. Wo bist denn du? Ich bin runtergefallen. Ich kämpfe gerade gegen Krabben. Ich wollte eigentlich auf die Map und dann... Dinge auf der Map machen, aber... Vielleicht die Quali irgendwie runterdrehen, dass das mein PC irgendwie noch hinkriegt. Das hattest du beim letzten... Das hattest du eigentlich schon gemacht. Ich habe das schon. Das müsste knapp die mietigsten Einstellungen sein. Oh ja, hier ist alles äußerst buggy gerade. Ich glaube, das liegt dann dir. Würde ich auch. Ja, das wird dann mir liegen. Ja, bei mir ist es nicht, dass das Spiel hängt. Bei mir lecken halt die Gegner und porten sich hier rum. Grafikqualität hoch habe ich drin. Vielleicht kann ich die nochmal... Ich meine, bei Grafikqualität nochmal ein bisschen... Hast du irgendwelche Tabs im Hintergrund laufen? Ja, Twitch. Mach Twitch vielleicht mal aus. Ich kann gerne den Stream jetzt wenden. Das wäre eine Möglichkeit, sagen wir mal. Ja, mach mal OBS aus. Vielleicht nix daran. Das frisst immer ganz viel. Ich habe jetzt die Qualität auf Mittel gestellt. Das ist jetzt... Ja, der braucht schon Qualität. Ich glaube, ich sitze für Sieger. Gibt da unten irgendwas an Luz? Und ein blaues Schwert. 126 Schaden. Ja, das ist... Gar nicht schlecht, aber ich habe ein besseres. Das ist so schön, dass du ein besseres hast. Ich habe mir hier mal den Loot mitgenommen. Wo gehst du jetzt hin? Ich versuche, den Weg nach draußen zu finden. Ich sollte mal ein paar Waffen verkaufen. Das ist wieder der falsche Weg. Wo muss ich denn hin, damit ich hier rauskomme? Nicht, Herr Werner und Recht. Nee, ich kann nämlich auch nicht schnell reisen aus irgendeinem Grund. Wahrscheinlich, weil das Spiel irgendwie buggy ist gerade. Also bei mir läuft es jetzt halbwegs. Ich kann den Scheiß nicht aufheben. Glaubst du denn mit Tavernen und Verkaufsautomaten oder? Beim Schmied, glaube ich. Wo ist der Verdammte? Ja, ich habe mir noch weiter rumliegen. Wollte man nicht zur... Wollte man nicht in der Stadt Würfel sammeln? Wie war das? Wir machen erstmal Queensgate und dann den... Ich habe der Radut geholt, Junge. Das ist ja... Ja, mach du erstmal die Sidequest hier in dem Gebiet. Ich suche in der Zeit Würfel. Dann hast du Contents. Ich denke, es geht darum und es diesbaut vielleicht. War es was Wichtiges? Es war schon gut, den ich gut verkaufen hätte können. Geld ist hier in solchen Spielen nie das Problem. Okay, was ist die Quest? Zerstöre daran der Oberwelt? Habe ich hier noch ein Zweck? Du machst jetzt diese Quest. Ich suche in der Zeit Würfel. Ja, welcher? Nalos, bringen wir Chaos über die Welt. Ich habe sie dir angemarkert. Zerstöre. Oh, was steht da auf eurem Pergament? Wahrlich, ein Gedicht. Jetzt müsste Kobold im Gart sein. Kannst du andere Quests annehmen, diesmal? Jetzt wurde es mir angezeigt. Tote Green. Du machst andere Sachen. Ja. Du darfst schön ein bisschen Fett machen. Ich meine, so bei Kämpfen, kriege ich mir deine Bestützung gebrauchen und so, aber... ... nä. Nö. Sterbten halt der Reinung. Du musst halt besser werden. Geht gut. Ja, genau. Spiel erstmal Bloodborne durch, dann darfst du auch ein In-Forderlands. Gut sei. Außerdem, die Quest hat nicht so viele Krämpfe. Keine Sorgen. Und ich hab gehörende Waffen. Ja. Die jetzt schon komplett outdated sind, aber... Was ist damit? Ja, dass sie funktionieren. Oh, ein Löffel. Oh, der Glücksfaktor steigt. Ah. Ja, wenn welche siehst du mit. Natürlich kann ich nichts mitnehmen an Loot, weil mein Inventar voll ist. Dann geht's um Automaten und Kauf. Beziehungsweise Verkauf. Ich bin hier und keiner ist. Am. Drücke M, dann weiß ich was. Am. Drücke M, dann weiß ich was. Ja. Die Quests sind sehr viele Kobolde. Ich mach noch eben den Obelisken hier kurz allein fertig. Dann. Gut, das war Sachen alleine machen. Das sind Sammelquests auf der Overworld. Also das ist kein großer Content, den du verfasst. Gut, das wir hier nicht zusammen gemeinsame Sachen machen, sondern das wir hier uns aufteilen. Was ist da? Das macht's mal ein bisschen Spaß. Hey, der steht hier halt grad. Der steht hier halt grad neben mir, was soll ich sagen? Nope. Nee, genau in andere Richtung. Ich suche mal einen Waffenautomaten. Oh, ein Würfel. Je mehr Würfel, desto besser die Beute. Wie gesagt, ich nehme ihn mal mit. Und die Waffen daraus können ich nicht aufheben. Wenn es keine Goldenen sind, das ist egal. Obwohl es mich aber nicht. Du bist da, wo du stehst. Aber wo auf der Map bin ich? Drück M, dann weißt du es. Drück ja. Ach ja, da drüben ist ein Automaten. Mal schauen, ob ich da rüberkomme. Wir haben Verzauberungen freigeschaltet offensichtlich. Okay. Schön für uns. Glaube ich auch. Sieh an, sieh an, sieh an. Oh, hier gibt es eine Metalllaute der Mieten. Das ist die ganze Metalllaute, die du schon. Das hast du wahrscheinlich irgendwann mal verkauft. Ja, die habe ich verkauft. Ich habe jetzt hier Droll den Troll. Den ich gerade bekämpfen muss. Ich nehme dir etwas Last ab. Er spuckt mit Fisch. Versuch mal ein paar Sachen zu verkaufen. Ich nehme dich. Ja, gib rüber. Tja, jetzt gehört es mir. Das kann ich gebrauchen. Ach, was für eine Schönheit. Ach, das ist Schrott. Wo hast du das denn gefunden? Lass mich mal sehen. Das ist ein bisschen Herausforderungszeug. Dann haben wir das auch mitgenommen. Ach, das ist Schrott. Meines. Gleich mal die Schmelze anwerfen. Der Troll fällt. Sein scheußlicher Kopf wird sich dicht länger in die Netzzeuge der Anruhe. Jetzt machst du die Quest weiter. Ne, das war nur der Oberlicht, den ich hier gefunden habe. Das ist ein bisschen Herausforderungszeug. Gleich mal die Schmelze anwerfen. Dann haben wir das auch mitgenommen. Oh, das ist ganz schön mitgenommen. So, die Zeug verkauft. Oh. 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 Letztendlich sind wir begonnen von 15. Interessant. Na, dann laufe ich mal nach so in Richtung West. Ja, ja, mach das. Wenn du dich ganz schlecht ansteckst, bin ich fertig und kann dir joinen. Das wäre... ganz okay. Ich nichts dagegen. So, wo geht's zur Quest? Da hinten. Alter. Mein Grundstück ist verseucht. Ich bin reich. Du bist verzweifelt. Töte sie. Dann bezahle ich sie. Also das war jetzt ganz schön unverblümt. Befreie einfach das Feld, dann werfe ich dir etwas Geld an den Kopf. Das war dir... Das war exakt das, was im Skript eines jedenen DMs drin steht. Nur wenn du eine sehr schlechte Gruppe hast. Die Diskussion haben wir tatsächlich gerade bei uns. NPC Dialog. Ich bin reich. Du brauchst Geld. Komm, geh... Komm, geh Sachen holen. Das ist so der Wesen. Bei uns gerade so ein bisschen in der Diskussion, weil niemand außer einem einen Grund hat, überhaupt Abenteuer zu machen, außer Geld. Und das ist halt scheiße. Macht halt keinen Spaß mehr. Oh, helf mich! Du helf mich! Du helf mich! Deshalb habe ich die jetzt einfach von der Peen-Königin bedrohen lassen. Nö. Jetzt müssen sie das machen. Koboldzellen. Die müssen etwas wert sein. Meine Gruppe hat auch mit dem... Mit dem Ding angefangen. Ähm... Dass die... Dass die Geld brauchen. Dass die... Oder... Dass die was irgendwie da... Wird dann später noch was raus. Dass dann... Oh, ich bin tot. Oder am Sterben zumindest. Oh, ich sammle hier ein paar Zehne. Bis du dann eine Zehne sammeln wirst. Wenn ihr mitkämpfen wirst, folge dem... Ähm... Dem Koboldgeschrei. Okay. Alles gut. Ich mach jetzt noch mal ein Zehn von... Fünfzehn. Hey! Sie sind also tot? Komm sofort zurück! Was bringen die Zähne nochmal? Beweis, dass du die Kobolde getötet hast. Achso, die haben nix... Keinen Special-Effekt oder so. Nein, das sind Zähne. Die kann man sich zu einer Kette machen. Du willst... Koboldzähne... An deiner Kette haben. Wirklich. Bist du dir sicher? Hast du mal an einen Kobold gerochen? Hm. Wie riecht denn ein Kobold? Das erklärt, warum du ihre Zähne haben willst. Riecht ein Kobold nach Koboldpisse? So wie der viel Saftstrang in der Kette schmeckt. Ich frag mich immer noch, woher sie weiß, wie Koboldpisse schmeckt. Sind da Koboldzähne? Sind da Koboldzähne? Sind da Koboldzähne? Warum? Warum hast du die? Ah ja, stimmt. Die sahen ziemlich wie Beute aus. Gut. Bei ihm braucht man das auch nicht zu hinterfragen. Dann wiederum sollte man das hinterfragen, weil er selbst war. Ja, er weiß. Soll ich sie für dich wegschmeißen? Er ist grundsätzlich... Er ist so... Er weiß, wie Koboldpisse schmeckt, das ist natürlich... Er an sich schon, aber ich denke daran, das war in dem Fall ja nicht er selbst. Glaub ich. Oder? Doch, er hat den Trank beschrieben als... Er war der Erste, der den Trank beschrieben hat, als er schmeckt wie Koboldpisse. Ach, okay. Ja, ich bin da nicht mehr drin in dem Universum. Ich auch nicht, aber das ist eine... Du hast meine Kobolde getötet! Moment. Oh, die Anfolgequest. Ich habe ihre Kobolde getötet. Ich habe diese Kobolde absichtlich angelockt. Du musst wissen, ich bin in die Alchemistin verliebt. Mein Plan war es, die Kobolde zu besiegen und ihren Kräutergarten zu retten. Wie soll ich sie jetzt für mich gewinnen? Willst du einen Dating-Tipp? Tu es nicht. Nicht hilfreich. Hör zu. Gib mir einfach diese Blumen. In Ordnung? Ähm. Das ist ein großer Blumenstrauß. Danke. Hat etwas Glück erklingen bei Sonnenuntergang wie Hochzeitsglocken? Gar nicht. Aufdringlich. Ne. Keine Sorge, das ist eine lustige Quest. Du schon wieder? Was willst du? Ich habe da was, das dir eigentlich gefallen müsste. Ach ja? Gib schon her. Ich will es. Gehen. Gar nicht aufdringlich. Ich habe Blumenstrauß. Blumen? Von wem? Flora? Das Bauernmädel? Die Blumen von Flora, natürlich. Natürlich heißt sie Flora. Als ob ich mich mit diesem armen Ding sehen lassen könnte. Vielleicht wenn Schweine fliegen lernen oder Wasser bergauf fließt oder ein gepunkteter Gedichte lesender Kobold. Hast du gerade mal ein fliegendes Schwein? Guten Tag. Nein. Ich glaube der Jagd nach Würfeln. Habe ich das richtig gehört? Ein gepunkteter, dichtender Kobold? Ich schätze, das kriege ich hin. So was müssen wir noch einen Kobold anlocken. Such mir den dreckig... Den im Garten hast du mitgenommen, oder? Nein. Keine Ahnung. Der ist hier. Meinst du? Keine Ahnung. Ich verfolge gerade die Quests. Nur einen Weg um sicher zu sein, was? Gibt es fliegende Schweine und die? Woher soll ich das wissen? Ich weiß nicht. Kommt auf allen welcher Welt du spielst. Nehme ich an. Im Zweifel Feen. Es gibt fliegende Elefanten, das wissen wir seit bei der Skate 3. Ja, der ist aus Sigil. Das ist eine normale Sache. Dann sollte es auch fliegende Schweine geben. Du kannst Flight auf einen Schweinkasten, wenn du was willst. Ne, ich meinte ein Schwein, das selbst fliegen kann. Also das Flügel hat und der Elefant auch da wirklich dann... Im Zweifel irgendwas aus der Feenwelt. Die sind weird. Da passiert das. Du kannst dir gerne dann merken, wenn du irgendwas machen willst, was irgendwie absurd ist. Feen. Passt da immer rein. Ja, weil sie hat gesagt, sie will sie herraten, wenn Schweine fliegen können. Und wenn wir ihr ein fliegendes Schwein besorgen... Such endlich nach einer Kobold-Unterhose. Warum soll ich eine Kobold-Unterhose suchen? Weil das dein Questziel ist aktuell. Ja, aber warum? Hörst du den Dialogen nicht zu? Nicht ganz. Du kannst mir später danken, okay? Nur teilweise. Das wird dein Problem sein. Du musst Abwechslung mal im Sterben. Alles gut, ich muss aber so gleich bei dir vorbeigehen. Geht mal die Waffe wechseln. Das sind sehr viele Kobolde hier. Ein bisschen Unterstützung wäre nicht scheiße. Na ja, komm. Klar, hier ist doch sowieso noch eine Nachfrage. Wenn wir immer noch haben. Ansonsten muss die Location noch ablaufen. Keine Munition mehr. Das ist fantastisch. Waffe wechseln, Waffe wechseln. Keine Munition mehr, ich sterbe. Achtest du wirklich, du könntest mich ernten? Falsch gedacht. Die Waffe hat noch Munition. Ja. Oh, ich habe einen Kobold-Lendenschutz. Ich such dir genau den freilichen Lendenschutz aus, den du finden kannst. Unser Kobold muss der Beste aus dem Wurf sein. Wer hast du den Mund voll? Der Zufassgenerator kann dir nichts anpassen. Na, du hast eine neue. Ich muss leben, um zu ernst. Ja, ich habe Nova 14 von 15. Du kannst ja gleich mitmachen. Wäre ja schön. Ich bin schon längst hier beim Kobold-Gebiet. Hier sind noch ein paar Kobolde zu schlachten. Ich kümmere mich um deren Troll. Oh, die Fähigkeit ist scheiße, die ich hier jetzt gerade aktuell ausgerüstet habe. Das sagst du immer. Wir rüsten eine bessere Fähigkeit aus. Ja, ich glaube, ich bin nie wieder auf die Wirrwischung. Grüß Tod von mir. Hier ist noch einer. Oh. Ich habe schon einmal gelevelt oder so. Ich habe nicht mitbekommen, wie ich ihn abgemacht habe. Er ist so ein ganz großer. Das sind Magier Kobolds. Hier bachen Magier Kobolds. Hier bachen Magier Kobolds. Hier ist ein Troll. Hier ist ein Troll. Gewarnt. Den haben wir ja. Den auch. Den auch. Ah, da drüben ist noch einer. Guck mal. 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 Dann gehen wir ins Bett. Und alles beginnt wieder von vorne. Nicht so ruhig wie das Leben eines Lords. Aber ich bin mein eigener Herr. Moment. Das stimmt ja gar nicht. Hey. Meine Bauern, Brüder und Schwestern. Mir ist gerade klar geworden, dass unser Leben scheiße ist. Nieder mit den Lords sage ich. Rebellion. Der macht mit. Hey. Ich level hier gerade. Jetzt hier nicht mich. Ich werde hier gerade besiegt, während ich versuche zu skillen. Das macht man nicht. Wegen dem wir während des Level-Ups angreifen werden. Pfff. Was ist denn da los? Ich habe noch einen Komponenten für jetzt. Sehr schön. Ganz so stolz drauf sein. Ich bin jetzt offiziell Unterhosenjäger. Die höchsten, ja. Pass auf, dass du nicht bei der Mutter von Mr. Klebs rauskommst. Das kann passieren. Kann dir auch egal sein. Sie ist ja nur um die 80 Jahre. War mir gerade nicht sicher, ob es eine weibliche Form von Unterhosenjäger gibt. Scheinbar ja. Also wenn du eine weibliche Form von Unterhosen siehst, dann geh am besten mit. Keine Ahnung. Dann kenne ich mich zu wenig mit aus. Die Stadtbewohner haben ein Lied über mich gedichtet. Jaja. Hier kommt die kleine Dämonenbund. Hier fällt die Schule mit nur einem Pups. Einen abends Grummel weg. Ich muss nicht töten. Den musst du töten. Ich bin auch ein Mensch. Ich bin nicht aus Fleisch und Blut. Ich bin nicht schlecht von Helden trittest. Ich mag meine 10 Herzen nicht. Wenn man nicht schneidet. Entschlünft wie der Lebsaft der Finsternisse. Ich bin nicht voll durch. Ich bin voll gepuppelt. Ich bin voll gepuppelt jetzt. Das darf er gern tun. Der ist ziemlich schnell. Ach nein, wir sind in dem Mittelalter fertig. Pass auf. Eine Infektion und du stirbst. Er ist ziemlich schnell. Ich krieg den nicht. Ich bin zu langsam. Keine Munition. Die kürzeste jemals verfasste Tracker. Den habe ich auch schon. Den habe ich auch geholt. Also wenn dir mal der Kobold über den Weg läuft, zu springen um. Das ist ziemlich schwierig den zu finden. Ich darf ihn hier umschauen. Er ist relativ offensichtlich, Matthias. Ja, aber ihn zu treffen ist ein bisschen. Das wird gut sein. Das Spiel hat einfach gut. Ich dich auch, Molly. Was soll ich anderes sagen? Du musst halt gut spielen. Dann schaffst du es auf den zu treffen. Wenn du mal helfen würdest. Ja, aber ich muss den einen Würfel noch suchen. Jetzt willst du nur mit den Würfeln. Ich mach's das langweilchen. Ich hab wieder Watson im Gesicht. Eine weitere Seele geerntet. Ich will einen guten Loot später haben. Das will ich mit denen. Den habe ich auch. Und die nächste Unterhose. Nicht? Oh, okay. Ich weiß welcher mehr fehlt. Ich liefere mal ein paar Unterhosen aus. Liefer die Unterhosen aus. Das war der gesamte Kampf in diesem Dingens da. Wenn ich mich richtig erinnere. Naja gut, du musst noch ein paar Low-Level Gegner fertig machen. Ich glaub hier rüber geht's. Ja, hier rüber geht's. Da ist der eine der noch fehlt. Ja hier. Du Glückspilz. Hast du jetzt endlich alle Würfel drüben? Ja. Dieses Gebiet haben wir praktisch. Keine Munition mehr. Sehr schön. Passiert den besten. Und den schlechtesten. Passiert jedem. Keine Waffe. Ah doch, hier ist noch einer. Das ist echt scheiße. Dann nimm der andere. Ja, ich wollte nur gucken, ob die was kann. Ich bin so froh, dass du gespawnt wurdest. Was? Sie flog aber der Arbeit zu... äh, was? Nur einen Moment. Ach, ich habe hier schon Unterwäsche, Kobold Unterwäsche gehabt. Ist das jetzt nicht das Merkwürdigste? Automatisch sprechen. Macht sie jetzt mit einem Kobold rum oder was? Vermutlich. Sei gesegnet, liebliche Glornesch. Sei gesegnet! Was hast du mit dir vor? Das hier. Nicht das. Nö. Schade. Punktmusterfarbe doch müssen wir besuchen. Ja. Sowas gibts. Wir haben aber auch dauernd irgendwelche Muster. Ey, hier müssen wir mal ins Katapult rein. Ja, nimm ruhig das Katapult. Ich nehme die Brücke. Pfff. Macht mir Spaß. Ich bin da jetzt schon zweimal rübergeflogen. Ich habe links gefahren. Ich werde deine Fähigkeit immer praktisch nicht zu retten. Wir müssen mal nochmal eine Zung erfüllen. Ich habe eine Fähigkeit immer praktisch mit ihm zu retten. Ich bin hier schon links durchgerannt. Wir spawnen auch mal eben da vorne. Autsch. Ich bin getötet worden. Genau wie damals, als die Hexen Alberto Sandsturm in U8. Ich denke da einfach einfach durch. Ich würde sterben für einen Kampf. Ich bin hier noch immer hier. Nö. Ich glaube meine Schuss sind alle. Ich bin gestanden. Oh mein Gott Kobold. Das ist dein Kobold. Die Badenzonen. Die Schreckliche, den Geist vernichtende dunkle Magie wirken. Zekannt als. Ruhe auf dich du. Die Untoten baden. Damle ihre magischen Zungen. Sie enthalten die poetische Essenz die wir brauchen. Das sind Skeletzfarben. Auch interessant. Eine Zombie-Bahn. Deren Gesang ist unteuerisch. Dann muss ich wohl noch etwas leben. Wie geht's? Zombie-Zombie. Zombies gibt es ja anscheinend irgendwie. Sie sind nicht so froh eingenommen. Die Tat ist vollbracht. Aber ist unsere Kobold denn der Aufgabe gewachsen? Ist ja sehr, sehr gut. Ich werde diese poetische Essent einfach so in die Wasserversorgung einführen. Du, Lorne, hast du mir etwas zu sagen? Auch wenn ich ein Töpel bin, braucht deine Schönheit mir den Sinn. Ich hoffe, du erhörst mich bald, denn ohne dich ist mein Herz so kalt. Was? Nein! Komm schon! Das ist... Du bist albern! Meine Güte! Oh, richtig. Du musst einmal her. Ja? Also, was hattest du gerade gesagt? Du bist einmal her. Oh, du bist es. Immer noch mittellos? Ich habe eine gepunktete Kobold-Dichterin für dich. Was? Wirklich? Das muss ich sehen. Hä? Hä? Ich bin niemand, der Felder beschämt. Doch ihre Algen sind nicht von dieser Welt. Sie schuftet wie ein Tier. Wie gern wäre ich nur bei ihr. Ich will verdammt sein. Sie hat es wirklich getan. Das ist wirklich beeindruckend. Hey, ähm, wie hast du das gemacht? Dafür muss man doch sicher, naja, schlauer sein, als ich Armen zutrauen würde. Erzählst du es mir, bei einem Getränk? Was? Oh nein, danke. Was ist das da draußen? Ach, das sind nur die Armen, die gucken wieder auf Dach der Essen. Ja, hier Maud Manor von... Ich weiß, es mag dir seltsam vorkommen. Aber die Alchemistin war nicht die richtige für mich. Die Glorne hier sieht in meine Seele. Wir sind füreinander bestimmt. Und das verdanke ich nur dir. Es gibt kein größeres Geschenk als die Liebe. Aber vielleicht beruhigt das dein wanderndes Herz trotzdem. Danke. Du wurde dich verheckt. Oder ist das Magie? Ich hoffe, ohne Gemeinder mit Leben endet nie. Klar, möchtest du mein Schlafzimmer sehen? Zurück in die Überwelt. Oder haben wir hier noch eine Zeitfrist? Wir gehen zurück zum Dingens, zum Ruder und machen auf dem Weg da die Quest. Okay. In der Oberwelt. Du gehst voran. Ich geh voran. Dann machen wir weiter mit der lustigen Würfelsuche. Aber diesmal zu zweit. Okay. Sie ist da nämlich tatsächlich spaßig. Da hast du ein paar Trouble-Grunner-Einlagen und so weiter. Ich treffe ein paar Skelette. Du, man hat immer ein paar Skelette. Gehst du schon mal vor, oder? Ich versuche es, wenn ich hier hochkommen kann. Das war's für dich. Bis ich nur weiter gucken, Alter. Auch gut für die... Verkauf einmal fürs Wachen und dann... Hier liegen noch Skins. Hm. Wir nehmen Simmels. Ich pinnen die alle schon. Ich bin schon mal, das ist. Ich bin schon mal, das ist. Ich bin schon mal, das ist. Ich bin schon mal vorbeinig. Ich bin schon mal vorbeinig. Irgendwas gibt's bitte bei dir zum Frühstück? Angebratene vegane Salami mit diversen Salatzeug, was noch übrig war in Taco-Shell. Und ich dachte, ich hätte schon das Schlimmste von ihr erlebt, aber einen ganzen Ozean zu zerstören, nur um ihre Story voranzutreiben? Und du hast mitgemacht. Froh, dein kleines Spiel zu spielen. Hast dir auch mal weitergemacht. Wer ist so ein armer Ritter für sowas? Magst du nicht? Wart ihr so arm, dass es bei euch nicht mal richtiges Essen gab oder was? Du warst das nicht. Ähm. Du wolltest, in dem Fall wollte ich es tun, dass ich über das Schlimmste flach bin. Ich glaube, ich habe es sogar falsch wiedergegeben. Sie hat auf jeden Fall das Essen beleidigt, weil sie verstanden hat, was schlug ist. Nein. Nein. Das ist so bitter, weil da einfach nur ein Blächeln ist. Die ganze... sich so auf ein... Auf so ein Skandal sich zu stürzen, ist auch erwärmlich. Es war eine Weile mal relevant, mittlerweile gehen sowieso alle auf Unge. Nein, ich... Wer auch ein schlechter Mensch ist. Ich, ich, ich... Ich empfehle mich in solche Skandale nicht einmischen. Nein. Nein. Selbst wenn das, was da rauskommt, ist halt eh nicht... Bei den anderen Leuten ist das nicht sonderlich überraschend. Es ist so uninteressant. Sag ich mal. Ja, natürlich ist das super uninteressant. Du hast keine Chance gegen uns. Wir sind endlich feiner. Das war ja eine letzte wirklich relevante Skandal. Höchstens das Ding beim ESV, worüber du die ganze Zeit... Es gibt keine interessanten Skandale. Was? Ich heute... Wie viele Stunden über den ESC Schwachsinn unterhalten? Skandale sind nicht interessant. Antworte mal ne Frage. Was für ne Frage? Zu lang. Die Antwort ist zu lang. Du hast dich viel zu lange über den ESC Scheiß unterhalten heute. Ich hab mal kurz mit nem... Ich hab mal... Ich hab mal kurz mit nem... Ich hab mal kurz mit nem... Und wachst ein bisschen über was diskutiert über den... Heute 0.18 Uhr. Letzte Nachricht. Heute 5.20 Uhr. Du hast 15 Stunden über dieses Thema mit Ihnen geredet. Nö. 18 Uhr war das noch gar nicht. Da musst du dich geirrt haben. Ich hab heute... Heute Mittag mal kurz... Heute Nachmittag mal kurz. Du hast nur nur 18 Uhr das Video dazu geschlossen. Und die Firma aufgeregt. Das ist doch politisch und alles scheiße. Nö. Was für ein Video hab ich da gepostet? Reicht es? Ich hab's dir nicht angeguckt. Du hast auf jeden Fall... Du weißt... Heute Nachmittag hab ich... Heute Nachmittag hab ich ein bisschen mir... Heute Nachmittag hab ich ein bisschen... Hab ich mich da lediglich dazu geäußert, dass der... Das, 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 das die Disqualifikation von dem... Von dem Virus Klein ein bisschen... Unangere... Ungerechtfertigt fand. Dass man da... Ja und doch 0.18 Uhr hast du das Video gepostet mit... Äh... Das war ein anderes Thema. Das die letztes Jahr abgeliefert haben. Was ja auch toll finde ich. Ich mag das Video. Ich hab das... Ja, aber das hast du als erstes... Quasi 2.80 Uhr zu dem Thema gepostet. 0.18 Uhr. Ich hab mich gewundert, weil ich war da noch wach und am Watchdog liegt im Gehirn. Ich fand die interessant. Ich find so ein bisschen... Das war ja... Das war dann... Ich hab da gestern Abend nix mehr zugeschrieben. Ja genau, aber trotzdem. Du hast nicht gesehen. On-Off. Das erste Ding war an 0.18 Uhr. Das letzte war 15 Uhr irgendwas. So 15 Stunden... Gönn ihr's die Auszeit? On-Off. Ne, hab ich nicht. Muss ich ein... Muss ich... Zerstörungsvideo zu dem Thema machen? Könntest du mal machen. Vielleicht wird's meinem Kanal ein bisschen... Zerstörung. Ein bisschen was bringen. Vielleicht wird's nicht... Ich mein, ist dann... Hat die 15 Stunden über den ESC geschrieben oder nicht? Mir die Beweise. Vielleicht wird's ja ein bisschen was bringen. Ich bin ja... Das bringt überhaupt nichts dazu. Du müsstest dich schon mit irgendjemandem richtig anlegen. Zum Beispiel eine SD-Karte klauen oder so. Ja, Mann. Vielleicht können wir irgendwie ein YouTube-Brief mal fungieren. Und hier... Es gibt... Es gibt's... Gehen da Leute noch einen? Was dann... Vielleicht können... Vielleicht kann ich... Vielleicht kann ich mich mit dir hier mal irgendwie briefen. So... Kannst du mal... Kannst du mal der Welt sagen, wie... Wie scheiße ich dich behandelt habe. Wie ich dich hier immer quälte. Wie ich dich immer dazu nötige, bei den Aufgaben und Aufnahmen mitzumachen. Das kann man... Ich mein, tust du, aber... Keine Chance für dich! Das würde mich stören, weil ich kein mental komplettes Wrack bin. Wie andere Influencer. Und damit meine ich alle. Jetzt hab ich dich hier nötige. Auch doch schon so ein bisschen. Und dann wiederum, es beruht auch auf Gegenseitigkeit. Wollte ich grad sagen. Du bist ja hier, der nötigt. Nein, du zwingst mich, die Sachen mit dir zu spielen. Autsch. Ich zwinge dich, die Sachen so zu spielen, wie ich will. Oh, ich bin bei den Würfe gespawnt. Ja, nimm mit. Kann ich nicht machen, wenn du in den nächsten Dungeon reingehst. Ah, ich komm hier nicht ran. Der ist zu weit oben. Und ich kann hier nicht hüpfen. Und da ist so ein Tor davor. Kann man das irgendwie entfernen, oder? Oh nein. Ich bin in einem... Ich wurde von hinten überrascht mit einem Kampf. Das ist Mist. Immerhin neue Nacht. Wessen Wunsch war das denn Tiny China zu spielen? Das ist das da. Hab ich doch dich nicht dazu genötigt, dass du mich dazu genötigst. Das ist das. Du hast gesagt, wollen wir danach das machen? Da hab ich gesagt, oh, ich hab das sowieso da. Kannst du kurz kaufen. Das kostet grad nicht viel. Das war doch dein Ding hier. Das ist da. Nein. Du hast damit angefangen, dass du das vielleicht spielen willst. Weil ich hab grad schon auf Effekt gratis. Da hab ich gesagt, nein, das ist nur ein Standalone DLC. Ich hab aber das Richtige auf Steam. Moment, ich guck mal kurz. Ach, okay, kostet grad nur 15 Euro. Ich haupt's dir kurz. Dann kann ich mir das danach machen. Das sag ich noch. Wenn's Dinge gibt, die ich gegen Leute benutzen kann, dann merk ich mich. Wir müssen nichts miteinander spielen. Ja, genau. Ja. Spiel doch weiter dein DuckTales Spiel. Das ist doch so erfolgreich. Das ist vorbei. Mit Space abgeschlossen. Wirst du dann vielleicht mit anderen Reto-Sachen mal weitermachen zum Spiel? Keine Ahnung, was ist hier das alte Aladdin-Spiel? So, aber hier, das hier, ähm, vom YouTube-Kanal nicht so gut wie DuckTales, aber hier, das hier, ist das Guardian Software Galaxy läuft grad ziemlich gut. Das ist da. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist auch ein echt gutes Spiel. Ja. Das läuft grad akzeptabel. Ja, was heißt akzeptabel? Das sind so, also, auch bei Dachtees sind das immer so 100, 100 Aufrufe. Das ist jetzt 100 Leute, die sich dieses Video angeguckt haben. Ja, du musst dir meine, also, was ich viel nenne, ist so ein bisschen, so ein YouTube-Universum ist so 100 Aufrufe und so, ja, hm, also, wenn man wie so auf dem Video 100 Aufrufe kriegt, dann hat das keiner, hat das gefühlt keine Sau gesehen. Ist da so ein bisschen... Ja, du machst das ja auch nicht beruflich. Also, noch nicht, ich meine, du kannst jetzt demnächst, du wirst sowieso arbeitestlos. Aber... Vielleicht verdiene ich ja irgendwann Geld damit. Die 2,50 Euro im Monat, die dann das Finanzamt noch nimmt. Mhm. Ich wollte mal einen kleinen Witz machen. Ja, beruflich YouTube machen, also, das geht ja gar nicht mehr. Du musst schon eine attraktive Frau sein und einen Instagram-Account haben, oder soll das sein? Die Instagram-Account habe ich schon. Ja, ich weiß, du arbeitest davon hin, aber trotzdem. Jetzt mit der attraktiven Frau gehen wir vielleicht doch noch hin. Boah, ein bisschen Make-up passt schon. Also, bei dir sind die Chancen noch da, in Wüsterland zu werden. Das ist zumindest realistisch möglich. Oh, ich hab mich jetzt geschüttet, das ist schön. Also, sie läuft nicht weg. Ich hab grad Legis bei meinem Charakter verstanden, als er gesagt hat, Boden öffne dich. Hab ich verstanden, Hoden öffne dich. Hauer. Ich hab mich grad gefragt. Doch nicht ohne Betreibung. Ja, ne, und auch ganz... entweder das, oder... Man fährt zu viel Fahrrad und hat zu viele... Und hat einen tiefmalen Rassel. Ah, Schlafbächer. Sie greifen Prachthof so schnell nicht wieder an. Mein Ritterpraktikant wartet am Waldrand mit einer Belohnung auf dich. Wenn er denn noch lebt. Der Ritterpraktikant. Hey du, ja, ich rede mit dir. Elk, die magische Bohne. Kein Grund, sich aufzuregen. Bereit für einen Schuss ins Blaue? Wir müssen mit dem Ritterpraktikant töten. Wo bist du? Ich nehm ne SideQuest an. Äh, das ist eine... Weniger SideQuest als Hauptquest, tatsächlich. Aber ich will zur Legende werden. Eine Bohnenstange. Ich hab mit einer Bohnenstange geredet. Und wie kommen wir an den Würfel ran? Äh, das finden wir schon noch raus. So, ich muss jetzt hier das hier annehmen. Dann wird mir angezeigt, wo wir hin müssen. Ich rede hier mit ein paar Leuten. Ich hab jetzt schon drei Quests angenommen. Hilf mir im Namen der Forschung. Solange du sie nicht machst, vor allem die Bohnenquest führt zu einem kompletten neuen Gebiet. Ich hab grad irgendwas zu Steinen versammelt. Verwandelt. Ja. Nimmst du bitte keine Sachen an, während ich versuch den Questgeber von unserer aktuellen ausfindig zu machen. Versuch grad zu dir zu kommen. Wenn du ihr einen Schlag verpasst, könnte sie brauchbar sein. Hier drüben. Oh, du hast es den Bösewichten gründlich gezeigt. Wo bist du eigentlich? Der Mike hat mich autorisiert, die königliche Reserve zu öffnen. Keine Ahnung, was drin ist. Liegt über meiner Besoldungsstufe. Ach, da drin bist du. Mhm. Schreinteile beutet. Gut. Wir machen aber als erstes mal die... In der drüben ist die Bestmatter. Wir machen erstmal den Wald fertig mit den Würfeln. Da müssen wir nämlich nie wieder hin. Würde ich sagen. Okay. Wie du meinst. Ja, wie gesagt. Das ist lustig. Da gibt es einige... Die sind ganz gut versteckt. Die sind spaßig. Ich habe gerade versucht, mich auf meinem Stuhl nach hinten zu schieben. von meinem schreibtisch aus bist du ungefähr habe ich habe wohl ein bisschen ich habe wohl ein bisschen mehr ich wiege wohl ein bisschen mehr als erwartet ich habe nämlich statt mich mich auf dem rollenden stuhl nach hinten zu schieben habe ich mein schreibtisch nach vorne gestoben der ist voll bestellt mit sehr schweren sachen ich dachte wirst ungefähr nein jetzt ist ja mal ich frage mich wie das geht dass diese jetzt ist wie man die auf ihren stühlen umkippen die irgendwie dann mit mir sehen es ist versucht das mal mit dem stuhl ich habe ich habe das noch nie hingekriegt also auch absichtlich mit einem mit mit so einem schreibtisch umzukippen das ist eine wenn wir haben die irgendwie ich meine ich habe auch in die kehrstuhl mit dem ich weiß nicht ob es auch möglich ist mit dem zu kippen es geht alles man muss es nur wollen selbst nicht will nicht das ist da ist man das ist da wirklich ich habe nicht solche gaming stüge doch auf bei uns auf arbeit gibt es im ausbildungsbetrieb aber die stühle haben bei sich gaming stühle wie bei uns ich habe ich habe das gefühl dann bei ihr bei uns nicht aber wenn sie das nicht gebraucht werden sind wahrscheinlich alle höchstens level in counterstrike oder so meine aus also meine bei mir in der ausbildung natürlich nicht aber die itler würden sie haben wir haben diese wie gesagt die itler werden wahrscheinlich den ganzen tag nur counterstrike spielen wir haben diese 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 super ich habe mal den preis der stühle nachgeguckt diese diese büro stühle diese super unbequemen büro stühle die irgendwie 800 euro kosten wird es so komplett billiger schluss ist es richtig der ist irgendwie für der ist irgendwie ergonomisch gebaut oder so und ein scheiß das und deswegen 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 das ist abzug abzug auf die ergonomisch gebaut aber die ergonomie ist fraglich frage nicht nach welcher ergonomie der gebaut ist nach der von dem firmengründer wahrscheinlich verkauft man müssen warten waffen ja mal ein paar wachen verkaufen das wäre menschenhandel und sehr illegal in manchen gebieten dieser welt nach wachen sind doch wir brauchen kann kann sein leute mit wertvollem besitz aber ich kann ein achievement sound gekriegt ich bin wahrscheinlich die waffen gekauft habe oder so verkauft 100 gegenstände oder so wirklich habe jetzt gerade herausgefunden dass meine pistole ab und sich nicht zielsuchend ist das ist mein haus und ich werde es verteidigen heißt das ist mein haus und ich werde es verteidigen heißt auch immer aus der waffen okay 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 diese scheiß unübersichtliche karte das muss ich wieder soo wo geht es jetzt hin ja wo ich bin gerade ich muss nur herausfinden dass unser Teil der ähm ok wird wahrscheinlich von unten ja genau hier das war's für mich uuu der Glücksfaktor steig Ja, kein Ververserung ist schlecht. Das haben jetzt Pilze. Äh, da haben jetzt... Würfel. Ja, wir haben hier nichts anderes zu tun, deshalb... Ich töte hier mal ein paar Pilze. Als zweites war die Pilzügel da oben bei den Dingens da zwischen. Mit dem Schwerz. Was ist denn hier bei den Dingens dazwischen? Auf der Zeile war das. Okay. Großes Quadrat und dann ein bisschen runter. Äh... Ach, ich bin ja direkt... Wieso? Hä, wieso bin ich... Müssten wir woanders auf eine andere Map, oder? Ne, ne, wir... Müssen hier jetzt nicht irgendwie was... Machen wir wie gesagt, wir gehen jetzt nur hier die Würfel sammeln, damit wir die Map komplett abgeschlossen haben und dann... Ne, Quest machen wir jetzt erstmal nicht. Hier ist entspannt ein bisschen Gegner killen und quatschen erstmal. Dann können wir die Quest machen, die nehmen. Deshalb glaube ich auch entspannt durch die Gegend, killen ein paar Gegner und quatschen. Oh, ich hab ein neues Level scheinbar. Warum auch immer. Ja, auch da... Auch dafür ist es ziemlich gut. Da oben. Ich stecke jetzt alle meine Punkte in... In Einstimmung, damit ich da weniger... Ja, ich hab auch... Ich bin auch dabei, alles in Einstimmung zu packen, nachdem ich alles schon auf die Magie gegangen bin. Damit ich beim... Bei meinem Nahkampf-Dingens... Und dicht drauf hauen kann. Oh, f***. Ich hab hier ein laufendes Fass, das mich angreift. Das ist interessant. Oh, das ist ungewöhnlich. Da ist ein Kobold drin im Fass. Und der Kobold hat sich jetzt fast verkleidet. Oh. 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 Ich glaube, ich hab den Luft Mixchlagen bekommen. Und wessen Saft saugt der? ah dieser kobold saft, lass mir mal berichten wie er geschmeckt hat wahrscheinlich scheiße so jetzt bin ich endlich da wo ich hin muss okay, den haben wir bei dem ist der turm von dem mafie das wäre auch für die und die auch mal eine lustige sache wie waren die zutaten da ist ein glas kobold pisse das ist ein monat lang und die mund dicht stand und da ist ein hadron von jemandem versehen und dann als jemand trinkst und verwandelt er sich in die person einfach viel saft trank geschluckt du kannst dich für dnd bedienen an was du möchtest das wird niemand hinterfragen weil jeder weiß, dass ich generell nicht rauskomme das war cool, du verwandelst dich ich muss auch noch, wenn wir das event auf meinem server irgendwann gestartet kriegen bevor ich die idee hatte kann es sein, dass ich ein dnd adventure auf basis von lego movie 2 schreiben muss äh, okay ja hinterfragst einfach nicht, die idee war lego movie 2 war jetzt nicht so besonders originell ja genau, die idee war, jeder bekommt einen film zugelost und muss dann daraus ein abenteuer schreiben in irgendeinem system ok einfach so ein bisschen als hey, warum nicht ist so lustig aber lego movie 2 war nicht lustig ja, das ist das problem aber man kriegt da trotzdem bestimmt irgendwas gutes hingeschrieben irgendwie, irgendwo in irgendeiner welt neko movie 1 war so, war so genial und dann, dann, da haben sie aber zum zweiten teil äh gehe es nicht nur, nur um die eine frau eigentlich keine ahnung, habe ich leider nicht mehr geguckt ich weiß, er war nicht gut, aber ich weiß auch, dass ich ihn noch nicht gesehen habe, von daher wäre lustig ich bin nur froh, dass ich nicht schon wieder einen bayerischen krimi zugelost gekriegt habe ich meine, das eine lead das eine lead war relativ fand ich ganz gut dass dieses diese, diese depriversion von everything everything is awesome das fand ich eigentlich ganz fand ich ganz originell everything is not awesome das radio hat radio hat cover schön wie gesagt, Hauptsache ist, dass ich nicht schon wieder einen von diesen komischen bayerischen krimis benutzen muss dafür kein Tatort D&D hat gut funktioniert bei Orkenspalter die wiederholen das wahrscheinlich nochmal was, kein Tatort D&D also nicht D&D, aber die haben Tatort Pen & Paper gemacht, ja mit einem der Darsteller von Tatort oh je es war sehr unterhaltsam also es war besser als ein Tatort will ich damit sagen das glaube ich mir das glaube ich dir du sammelst alle du sammelst weiter alle Würfel ein in der Camping-Gespielzone ich hatte den Tone, kein Tone über sich wenn du mal auf M tut ich bin gerade am Kämpfen ich bin gerade am Kämpfen da ist der lange Spiel da ist der lange Spiel ja, okay das sieht sogar ähnlich aus dann ist das genau dann ist das genau hier drüben die Taten werden von der Übersichtlichkeit her nicht besser dann würde ich auch sagen wir machen ab jetzt die ganzen Hauptquests immer dann Würfelsuche und währenddessen die Sidequests einfach mal mitnehmen das glaube ich auch am sinnvollsten das war der nächste das war der nächste und für das stink immerhin wie viele sind es noch? das ist das kann ich mal kurz nachgucken es sind insgesamt hier hallo 20,9 Stück haben wir schon das heißt die Hälfte ist geschafft die Hälfte ist geschafft das dauert aber noch ein bisschen ja ich das schwierigste ist die Sachen auf der Karte zu finden da ist jemand wild auf den Turm da ist jemand wild auf den Turm ich bin mir gerade in den Leuchtturm eingegangen oder was auch immer das hier ist das ist ja mal ja okay bei dem Pinselding wenn ich das so drehen dann sind wir das zumindest vergleichbar dann ist das hier irgendwo so ein nebenstehender Nippel kann man da nicht hoch? in den Turm? da warst du da waren wir schon drin in der Claptrap ich glaube kann man da hoch auf den Turm? keine Ahnung probier's aus also von innen rein bestimmt durch irgendeinen Bug man kann sich immer überall hin glitschen bestimmt so hier soll angeblich noch irgendwas sein so hier soll angeblich noch irgendwas sein den haben wir schon okay das könnte man da hoch deswegen wäre cool da mal hoch zu können da Aussicht zu haben hm nächstes ist bei dir im Ausflug ach du scheiße der ging es tief runter ja das ist wahr so hier ist das X da wo du grad bist das ist ein Würfel glaub ich grad das ist ein Würfel ich drehen ja oder zumindest die Überreste von einem ich muss die leider nach und nach durchgehen weil ich keine Ahnung hab welchen zur Hölle wir hier schon haben okay wo kannst du mich vielleicht hinleiten ich hab das auf der Karte markiert der lila an der Punkt ich glaube nicht dass du ihn sehen kannst doch hier ist ein lila an der Punkt aber hier ist kein Würfel ok hier neben der Brücke müsste er eigentlich sein ja ist er auch noch hier na der Punkt ist ja woanders ach ne das nehm ich ja könnte ich mich gewöhnen na hier ist er ja kannst du die gern der Zufahrtgenerator kann dir nichts anhaben ok ok die Zufahrtgenerator mach das mal oh gut oh das geht nice ok hier sind wir im Tor das heißt hier ist relativ sicher das heißt wir können den nächsten angehen ok du hast automatisch verständigen ok gut hättest du was dagegen wenn ich mal eine kurze Pause mache ja ich muss mal ich muss mal die Tore zu besuchen ich muss mal die Tore zu besuchen ah gab es mexikanisch oder was du kannst mich später danken ok du kannst mich später danken ich will darauf mich eingehen also ja viel Vergnügen und viel Erfolg ich mache in der Zeit hier bei den Gürteln weiter wenn ich das was verpasse das wäre ja ganz schlimm eine sehr spannende Sache hier die wir nur machen damit wir das dann loskriege später nein glaube ich nicht das was was mal sehen wie oft ich gelötet werde mal sehen wie oft ich gelötet werde mal sehen wie oft ich gelötet werde vielleicht kann ich mich im Zauber Zauberturm verstecken wir wissen wer da oben ich muss erst mal hin kommen oh hier ist ein Würfel nimm mit wie komme ich da hin der ist mit Abhang irgendwo und von oben ich muss halt mal von oben runterrutschen so den einen den ich auswendig kenne nehme ich auch mit vielleicht schaffe ich es da hin zu kommen wenn ich mich nicht veröre aber nö ich komme da nicht hin ich habe keine Ahnung wie ich da hochkomme und ich verliere den aus den Augen und wie komme ich diese Scheiße und wie muss man da hochkommen nein du kommst hier ist super nervig ja ich habe ja auch schon den nächsten ich gehe jetzt hier in eine Höhle rein ich komme da nicht hin alter dieser eine Sprung ich muss da so knapp an der unsichtbaren Wand vorbeispringen ich bin in ein Blastverteidigerant ich bin bei der Todesfee was? ich weiß es leckt hier gerade wie die Hölle ja weil ich gerade die Todesfee bekämpfe weil ich gerade ich geb mal einfach auf nö du ähm mach einfach mal gib dein Bestes ich bin tot ok gut dann mach ich die halt kurz Moment mach das ich mach Pause ich brauch sowieso ne abgedeckte Version von meiner Waffe viel Spaß dir und bis gleich ja ja mit dumm sind und ehrlich oh was ist das machen und last von der Heiz oder so are you fucking serious? Retro Neues und jetzt gehen wir den ganzen Weg zurück und klauen per Rumschlüssel mhm oh nein das machen die ernsthaft oder? die gehen wieder zurück oh mein Gott sind die und die beiden brechen aus ausgerechnet die beiden wollen wir euch doch drin teilen ich glaub es wäre sinnvoller also dann lernen die vielleicht noch was jetzt den ganzen Weg noch mal zurück das ist überhaupt nicht auffällig oder so wie aus Entner bricht aus um Entner bricht aus zu zitieren du kannst es natürlich versuchen aber wenn es nicht klappt dann sonst vielleicht mal drüber nachdenken ob es vielleicht die richtige Seite hier für dich ist ja ganz ehrlich ich glaub ich glaub der Plan 100 Liegestützer am Tag machen und dann einfach die Wand einreißen mit der Pause sinnvoller als das sie kann auf und springen über die Mauer an einer niedrigen Stelle wenn der Wind anstich steckt hallo warum sagst du denn nichts sagen wir mal so ich will dir davon nicht abraten wenn es nicht klappt solltest du es vielleicht als Signal werden vielleicht gehörst du dann gar nicht auf die andere Seite der Mauer tja tja das fühlt dich schon irgendwie gut an einfach auf die zuzugehen und sie einfach mit einem Schuss loszuwerden wie wirft man eigentlich Dynamit zu? äh du zündest es an und dann drückst du linke Maustaste wie zündet man das an? mit L du sollst es nicht zu lange in der Hand halten ne irgendwie klappt das nicht aha ok oh linke Maustaste so ich glaube ich trockne mir auch ein paar Arme und Beine immer warum nicht oh nein ich habe gerade eine Dynamitstange gerade gerade nach oben in die Luft geworfen deswegen habe ich auch nein gesagt ja ja das sollte man vielleicht nicht machen das habe ich auch schon getan ok hier müssen Beine ran ich mache jetzt Baum fällen mal ein bisschen leichter ja ich meine wir haben eh unbegrenzt Dynamit von daher warum solltest du es nicht tun Ja. Ja, natürlich. Ja. Diese Grundsatzung. Ein bisschen mehr Frank gefühlt in der Stimme. Gute Nacht, Alice. Lovegood. Jetzt bin ich noch kurz drin. Oh, das ist der Glitch. Jetzt habe ich es unbewusst gemacht. Vielleicht kann ich euch mal zeigen. Damit kann man etwas, was vom Spiel gar nicht vorgesehen ist. Ich komme hier mal landen. Schaut mal, wo wir sind. Der Griff von der Gemeinschaftsraum. Der Griff von der Stabszeder, um genau zu sein. Ein paar von dem Griff von der Gemeinschaftsraum. Wir haben uns reingemacht. Ich hoffe, wir kommen hier noch raus. Wir haben jetzt sogar Flopilber gefunden. Können wir jederzeit hier hin oder was? Das ist fantastisch. Schaut euch kurz. Schaut euch hier um. Der Griff von der Gemeinschaftsraum. Sie als Hufflepuff hier immer sein würde. Freiheit. Bis draußen ist dann ein Gents. Es muss doch irgendeinen Hinweis darauf geben, was damals wirklich passiert ist. Ich kriege etwas, was meinen Vater entlastet und Dr. Marcelles falsches Spiel auflegt. Auch gut. Dann muss ich nur noch wissen, wo genau das Haus ist. Und wie man dieses Ding hier erfährt. Ich habe immer gefragt, ob er überhaupt Auto fahren kann. Wo bin ich? Was ist passiert? Es gab scheinbar eine Art Unfall. Harvey? Harvey? Geht es dir gut? Ich bin okay. Dir passiert nicht so schnell was und eine Dirmelsäule aus Frottee ist. Aber wir haben ganz viele Sachen verloren. Nein. Da muss ich vielleicht ein großes Sprecherhund. Nein. Da bist du unser Metapher und Ketchup und so weiter. Nein. Ich habe gar nichts gemacht. Er wollte mich nur beschützen. Er wollte... Mir reicht es jetzt wirklich mit deinen Ausreden. Nein, nein. Mit wem. Hältst du. Hältst du. Der scheiß Vater. Geh in der Zimmer. Wirst du deinem Kind nicht wehtun. Was für ein neiser Vater. 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 Mami. Ich habe Angst vor dem Monster. Mami. Sie wollen mich holen. Schätzchen, du weißt doch, Monster gibt es nicht. Ich lass das Licht an und die Tür auf, ja? Oh mein Gott. Komm, schlage jetzt Süßer. Gib und geh. Halt das Maul. Gibt dir... ...und da Zeit mit dir unterholt. Hälst'n, hohe Arsch! Hälst'n hohe Arsch-Gesicht. Willst du es, komm, geh, lass uns gehen. Na, hast alle erfunden, gesammelt? Bist du fertig mit suchen? Gib dein Gold am einzigen Automaten aus, der den Segen der Königin hat! Ein bisschen abgenutzt, aber gut genug für die Wache. Wir brauchen ein anderes Beutesystem. Das kostet nicht ein Vermögen. Mehr Material für neue Flugschaden. Ich war gemutet. Super. Warst du? Ich hab mich gerade gewundert, warum du nicht antwortest. Ich hoffe, der echte Besitzer meldet sich nicht. Mehr Material für neue Flugschaden. Nein, nicht mal ansatzweise. Äh... Ich hab nur zweimal den Bosskampf versucht, zweimal gescheitert. Mit den aktuellen Waffen hab' ich keine Chance. Dann geh weiter Würfel, Würfel sammeln. Bin ich gerade dabei. Soll ich die... ...Metall-Lauts mal verkaufen, oder? Kannst mit deiner machen, was du willst. Ich hab nur noch genug für die Wache. Die Chancen steigen! Am besten Würfel gefunden. Ja, natürlich. Ich weiß ja, wo sie sind. Ich hab ja einen Guide. Ich hab auch einen irgendwie an einem Abhang gefunden, aber konnte den nicht einsammeln, weil... Dann musst du erstmal hoch zu dem Abhang und dann... Alles gut. Nach dem in der Mühle, okay. Das find ich auch so. Deswegen bin ich dann in den... ...Bosskampf gerannt. Dachte ich dann... ...dachte ich kann vielleicht drum herumlaufen. In Statt drum herum zu laufen, bin ich in den Bosskampf gelaufen. Was für den Besten manchmal... ...also eigentlich nicht, aber... Da oben ist ein Würfel. Wie komm ich da hoch? Das ist die Preisfrage. Hm, vielleicht hier nicht. Das ist mal ein Glückswürfel. Ich hab immer noch keine Ahnung, wo ich da rankomme. Finklich, das ist mal eine ordentliche Waffe hier. Wo wir schon vorhin von ESC gewählt haben. Es war dieses Jahr... Es war dieses Jahr ziemlich viele gute Songs dabei. Und Deutschland hat wahrscheinlich wieder Scheiße abgeliefert, oder? Nö, gar nicht so. Deutschland ist auf Platz 12 gelandet. Also das war... Platz 12, das ist ja fast wie Gewinn. Das ist ja, das ist für Deutschland wirklich fast wie Gewinn. Das ist, das da wirklich... Im Vergleich zu den letzten Jahren ist das echt... Gut, wen haben Sie bestochen, wen haben Sie bestochen, damit wir auf Platz 12 kommen? Äh, ich weiß nicht, wie der heißt, ähm... Haben mir den Namen nicht gemerkt. Ähm... Wie hieß der hier? Der Song war, ja, ganz passabel. Also es war... Also gut fand ich den jetzt auch nicht, aber... Für Deutschland war eine... Haben Sie diesmal nicht wieder versucht, irgendetwas komisches zu machen? Wie? Ich kann es mal gerade mal nachgucken. Ähm... Und für Platz 1... Das ist ja auch nicht gerecht, aber... Isarart heißt er, also Isaac... Isaac... Isarart... Da wieder... Always on the one heißt der Song. Always on the one, one, one... Das ist ja, ja, okay... Der ist... Oh Gott, der... Was? Damit sind die... Mutig... Sag ich mal... Der war... Ja... Okay... Okay... Trifft es doch ja am besten... Das war... Maximal okay... Für Platz 12... Ist das schon... Ja... Platz 12 sind ja wie gesagt fast wir gewinnen. Ich komm... Ey... Hast du ne Ahnung, wie ich an die Würfe hier ran komme? Ja... Weiß ich tatsächlich... Ich kenne den... Ich kenne den... Ich kenne den... Ja... Meine Leid ist perfekt... Ich rätste die ganze Zeit, wie ich da hochkomme, aber... Ich hab das gerne... Der ist... Der ist... Der hat mich da hochgekommen... Ich weiß... Von oben... Kam ich da nicht ran... Von unten... Auch irgendwie nicht... Ich versuch's mal von der Seite... Du musst von sehr weit weg... Du musst von sehr weit weg... Auf die Klippe irgendwie hochkommen... Und dann bin ich da aus... Aber ich komme nicht auf die Klippe... Es gibt irgendwo einen Pilz... Zu dem du dich hoch schließen kannst... Ich weiß nur nicht mehr wo er ist... Weil irgendwo... Ich komm dort hoch... Aber nicht in die... Von hier aus komm ich da nicht mehr... Wieso ich dann hier... Der Song von... Der Song von... Von Nemo war... Ist immer noch nur Home... Das hier war der Weg... Also hier komm ich gar nicht mehr hoch... Ich weiß... Du musst von hier aus... Wo ich jetzt bin... Ein... Jump'n'Run machen... Oh... Warte... Warte... Ich komm zu dir... Lass mich das mal machen... Ich hab den jetzt so lange verfolgt... Ja... Ich will den Würfel jetzt kriegen... Ich muss nur gucken... Ob das auch wirklich... Der richtige Weg ist... Den ich gerade so im Kopf hab... So... Ja... Du musst das hier hoch... Du bist klein... Der Song... Der war echt... Der ist echt hammer... Der Europa-Song... Der... Der... Der perfekte ESC-Song eigentlich... Ich kenn ihn nicht... Und ich hab ihn noch nicht gesagt... Sollst du ihm einhören... Ja... Da muss ich wohl noch etwas leben... Ja... Warte... Just... Und ich... Ich sollte mal die nächsten Jahre... Mehr ESC verfolgen... Das war wirklich... Ist da... Wenn ich Songs von... Dieses Jahr wirklich... Letztes Jahr ja auch... Da hab ich mich auch... Letztes Jahr auch verpasst hier... Letztes Jahr mit dem... Letztes Jahr mit ja... Kerja... Kerja... Oder wie der gesprochen wird... Mit Cha-Cha-Cha... Erstmal... Genial... Ich erinnere mich dich daran... Genialer Song... Du hast einen Schuss gefunden... Du erinnerst dich doch noch daran... Was damit zu tun ist, oder? Ich nämlich nicht... Ja... Hier musst du irgendwie hochkommen... Erstmal... Warte... Ich kämpfe hier grad gegen Pilze... Ich liebe meinen Job... Nicht heute... Ich darf noch mehr Todeswünsche erfüllen... Ich hab' ich gleich... So... Ich komm' mal zu dir... Alles gut... Ich kämpfe hier grad gegen Pilze... Da oben... Bist du... Wie bist du da hingekommen? Ja... Über Pilze... Wo die Stamm hier, oder? Ja... Du musst erst mal gleich... Ja... Oder so... Komm' halt einfach irgendwie hier rüber... Okay... Ich bin hier rüber... Ja... Dann kannst du von hier aus... Auf diese Pilze... Na und da jetzt rüber... Dann auf den Pilz... Dann auf den hier... Nice... Ja wie gesagt... Das ist der Nervigste in dem ganzen Lippis... Und es ist nur Scheiße rausgekommen... 16 von 20 glaube ich... Ja 16 von 20... Muss schon das jetzt gewesen sein... Guck noch mal kurz nach... Dann können wir die anderen jetzt auch noch... Ja... 15 von 20... Fünf Stück haben wir noch... Und ich weiß halt nicht welche es sind... Deshalb müssen wir alle durchgehen... Ich kämpfe dann weiter gegen Pilze... Ja... Bei dem Pilz... Und die... Drinnen in der Ecke... Okay... Jetzt... Hier ist gefühlt alles ein Pilz... Dann... Kannst du auch Gämpfe... Die... 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 Ja... Wenn ich mal nicht gegen Kobold... Oder Pilz kämpfe... Ein noch weg... Was... Drin gibt HP... Äh... Appearanceboot EP... Das heißt... XP... EP sind... Hier ist eine goldene Waffe drin gewesen... Okay... Okay... Cool... Danke... EP oder XP... Nein... EP sind die Pokémon... EP wie die Erfahrungspote... Oder Experience Points... Ja... Ich möchte... Wie gesagt... Ich glaube es geht wieder los mit dem Loot... HP kann man ja auch... Und... Und auch KP machen... Mit Kraftpunkte... Das ist auch wieder Pokémon... Und LP habe ich auch gehört... Das sind auch... Ja... LP ist PSA... Das ist besser als du es verdient... Das wird mir gut... LP ist der Dinger... Sehr gut... Mehr Sensen... Das deutsche Exivalenz... Das gute deutsche... DSA... Äh... Was? Ja... DSA ist deutsch... Und man merkt es... In jedem einzelnen Aspekt... Es ist deutsch und alt... Genau... Genau wie... Sämtliche... Verlagsbosse... Genau wie deine Motor... Äh... Was? Das ist korrekt... Es ist deutsch und alt... Jawohl... 250er Pistole... Ich kann Fische schießen... Yay... Nice... Habe ich die auch? Äh... Nein... Das ist... Das war ein Mist... Das war ein Mist... Das war ein Mist... So ein Mist... Wie gesagt... Ich habe das Gefühl... Es geht wieder los mit dem Loot... Bei mir nicht... Das war einfach... Sack viel Glück... Bei mir geht es nicht los mit dem Loot... Ja... Ich habe... Ich kann jetzt halt Fischgranaten schießen... Und das ist cool... Jetzt such weiter... Jetzt suchst du weiter... Ja... Ich bin der Rennen über eine Kiste gestoppt... Und habe mich entschieden... Sie aufzumachen... Mehr war das jetzt hier nicht... Ach... Ja mal... Ist Kepler... Ist er immer noch da? Ja... Weil er redet mit dich nicht... Oh Gott... Okay... Jetzt bin ich hier... Wo der Wessel sein soll... Angeblich... Bei der Kiste... Kannst du auch mal gucken... Ob du vielleicht auch... Gut ein Loot hier drin hast... Ich bin ganz anders... Ich bin auch irgendwie komplett falsch... Und nein... Hab ich wahrscheinlich nicht... Ich würde mich wundern... Das ist vielleicht... Ist hier vielleicht noch ein Würfel... Dabei ist es schwer heranzukommen... Und hier gab ja so ein Baumhaus... Das darf doch nicht mal... Hier unten muss ich das sein... Also möglich... Ich weiß es nicht... Ne... Hier ist nichts... Warum ist hier nichts? Welche Truhe meinst du? Hm... Äh... Die bei mir hier gerade... Die große... Hier zum Pisten... Ich bin da wo ich stehe... Guck auf der Map... Wie komm ich da hin... Ähm... Vielleicht... Ich weiß noch nicht... Die ganzen Low Sachen die ich hab... Oh ich hab... Superviele Skins die ich noch... Lernen kann... So... Kann ich den rausschmeißen... Und die ganzen Low Sachen raus... Ich komm aus hier rum... Bis du kleiner bist als ich... Hi... Oh die liegt ins Kinn rum... Ja die hab ich gerade raus geschmissen... Äh die Kiste hier... Da hatte ich... Die... Die hier... Da ist nichts... Hab ich wahrscheinlich schon weg genommen... Ah ok... Die ist das leer... Na dann... Na dann... Nächste befindet sich dann... Ok... Bei dem Schraubenschlüssel... Einfach ein Stück hoch... Ja... Ich muss mit solchen Assoziationen arbeiten... Weil die Map... Komplett scheiße... Hier ist nur... Kein Orientierungspunkt... Sonst was... Nein... Ok... Wo ist das Ding... Was aussieht wie ein Schraubenschlüssel... Und wenn ich mal wieder in eine Decke höre... Dann nehme ich es mit... Aber... Immer gerne... Ich finde hier gar nichts... Gut... Das finde ich so ein Pilz... Und dann... Links davon... Aha... Du musst zu einem Pilz... Und dann links davon... Das ist sehr... Sehr präzise... Ja... Okay... Runter... Und dann... Da in der Ecke... Moin... Ich habe es gefunden... Das ist schön für dich... Er sieht... Er sieht etwas aus wie ein Pilz... Das ist gleich ein Gang... Oh no... Ich will nicht sterben... Da ist das Ding... Und dann hier... Da... Genau der Punkt... Wo wir hin müssen... Ich habe markiert... Warum... Warum habe ich keine Musik? Hat mir hier je Musik? Oder? Ich habe nicht... Dass das Spiel Musik hat... Moment... Real... Wie sehe ich das denn jetzt erst gerade? Zeit, den Gefallen zu erwidern! Also gerade hat es keine Musik... Au... 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 Nicht sterben... In der Zwischenzeit... Hier in der... In der Hauptstadt hat es ein bisschen... Musik gehabt... Aber... Gerade hier nicht... Fällt mir das jetzt erst auf... Das ist hier so... Doch... Es hat ein bisschen Battle Musik... So ein bisschen... Es hat ein bisschen was... Es gibt so ein bisschen Action-Kampfmusik... Nichts besonders spannendes... Ach okay... Das ist der... Den habe ich schon mitgenommen... Ein Soundtrack ist hier nicht wirklich... Das ist jetzt kein... Ein Award-Winning... Soundtrack... Aber... Ja... Es gibt ein bisschen was... Für Best Multiplayer reicht es... Aber nicht für Soundtrack... Doch... Die Musik reicht auf jeden Fall... Für... Die Musik reicht auf jeden Fall... Die Musik reicht auf jeden Fall... Für bester Multiplayer... Warte... Ich sterbe hier gerade mal ein bisschen... Nass... Ich bin tot... Schon wieder? Schwach... Wenigstens respawnt man hier... Ja... Das nervt mich auch gerade bei meinem Watch Dogs Legion Durchlauf... Ich spiele das natürlich auf dem schwierigsten Schwierigkeitsgrad... Du hast Permadeath... Und du hast halt deine... Special DLC Charaktere... Die dir... Drauf gehen wie nichts anderes... Und du kannst hier nur einmal insgesamt haben... Hä... Ja... Die Regeln sind ja eigentlich von der Charakter... Tod... Das ist ja tot... Das ist ja eigentlich... Achso... D&D... Ja... Ne... Das... Das ist gerade die Kickstarter in Arbeit... Wo du ein Abenteuer hast... Um wieder aus dem Tod zurückzukommen... Was auch ganz cool sein kann... Aber hier... Aber... Reidoskate 3... Der... Honor Mode ist auch interessant... Und da stimmt es auch vorbei... Oh ja... Minecraft... Minecraft... Minecraft hat ja auch ein... Hardcore Mode... Wo du... Wenn du... Wenn du einmal stirbst... Das dann deine Welt futsch ist... Ich hab dir einen Gefallen getan... Glaub mir... Ja... Das ist auch immer relativ gut... Ich mag es jetzt... Modi... Bin ich auch im Honor Mode schon relativ weit gekommen... Also ist da... Also einmal habe ich es glaube ich geschafft... Bis ins Goblinnager... Ich bin dann aber... Da bin ich dann... Bei einem Kampf draufgegangen... Ah... Hattest du keine Ogre... Keine Ogre dabei... Keine Ogre dabei... Ich glaube schon... Aber... Ich bin dann irgendwie trotzdem noch die... Ganz zweimal bin ich... Und mehrere Male bin ich hier bei dem... Bei dem... Bei dem Mentara Kampf gestorben... Bei dem... Dass man... Also... Einen der coolsten Kämpfe... Die ganze Zeit... Meine Fris... Und wie nerv ich diese Plätze hier... Ja... Die Plätze... Erst auf dem... Ich merke auch... ...dass schnell die Leute... Die hinter mich bringen... Und hier hinten wieder rein... Mach mal... Mach mal... Schau mal zu... Ich sterb hier pausenlos... Oh... Dann können wir das Level... Ich hab keine Munzion mehr... Deswegen mach ich nach Kampf... Das ist schön... Ich gehe sowieso... Generell sehr auf Nahkampf... Kann man irgendwie sehen... Vielleicht... Jetzt spielen wir noch... Irgendwie viele Erfahrungspunkte... Man braucht... Äh... Ja... Siehst du... Wenn du einmal ins Inventar gehen möchtest... Ich bin weg zu kommen... Ne... Sieht man tatsächlich nicht mehr... Ne Quatsch... Unten... Auf deinem UI... Unten... Das ist nicht mehr Geld... Nein... Einfach nur... Wenn du im Spiel bist... Unten... Da wo dein Level steht... Ah... Ja... Hier... Ein paar Kämpfe brauche ich noch... Ich hab jetzt erst das Level... Bist du schon vor 18 oder 17? 17... Ok... Dann sind wir gleich... Aber halber Weg zu 18... Ja... Gut... Spiele ich den Charakter noch 2-3 Mal... Privat... Und dann... Dann bin ich's auf Level 40... Und du... Dann so ein bisschen hinten dran... Heute sterbe ich nicht... Nein... Das kannst du natürlich tun... Das kann ich auch mal nachladen... Hier... Der inflationärste benutzte Satz... Von einem DM... In D&D... Das kannst du natürlich... Kannst du natürlich versuchen... Nein... Nein... Bist du dir sicher, dass du das tun möchtest? Und wie fühlt sich das für dich an? Hm? Ist auch so ein Satz... Nein... Das habe ich in meinem Leben noch nie gesagt... Ich fühle mich schon mal einen Mangel an Empathie... Aber ich habe noch nie gefragt... Wie... 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 Eigentlich ist das der englische... BGV... Das... 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 Ich glaube die deutsche Entsprechung dafür ist eigentlich... Mach doch mal ein bisschen mehr Rollplay... Außer ihr streamt das Ganze... Dann kannst du sagen... Ey... Mein Geld hängt davon ab... Wo ist denn jetzt die Phase? Das geht natürlich... So... Da oben ist ein Haus... Man kann sich wieder mal fragen... Erzähl mal wie fühlt sich sein... Dein Charakter jetzt gerade... Also wie... Wie... Wie geht es deinem Charakter jetzt damit? Kein Grund... Deinen neuen Charakter... Dann kommt das Antwort... Keine Ahnung... Das interessiert mich wie man... Wie es meinem Charakter geht... Ich will jetzt den Typen töten... Je mehr Würfel... Desto besser die Beute... Ich finde mein Trupp... Der hat... Das ist schon in der ersten Runde einigermaßen gut... Auch Rollplay haben die einigermaßen gekriegt... Da bist du... Sag ich mal... Bin ganz happy mit dem... Bis jetzt... Du hast vielleicht glaube ich auch recht viele erfahrene Spieler oder? Oder hat sich das mittlerweile in der Besetzung geändert? Äh... Weiß ich gar nicht... Hab ich gar nicht gefragt aber... Was dann... Ich meine... Es war so gemixt... Es war... Einige Profis... Und einige... Einige die relativ... Ich weiß... Am Anfang hat es recht viele... Erfahrene Spieler... Aber es hat sich ja recht schnell geändert... Also die haben alle schon so ein paar Runden gespielt... Aber... Ich glaube ein oder zwei von denen sind nur... Haben so... Haben erst... So... So zwei, drei, vier Runden... Die sind noch nicht so ganz erfahren... Ah... Es gibt auf jeden Fall auch welche die mir bei den Regeln helfen können... Die... Die so erfahren... Dass die... Mindestens einer davon weiß... Kennt sich ziemlich gut mit den Regeln aus... Und kann mir da ein bisschen... Solange er nicht ankommt mit... Aber in Regeln steht dass dieser Zauber das nicht... Nicht tun darf... Also lass das die Welt nicht zu... Oder... Ich will das jetzt bitte Lore akkurat spielen... Doch tut er... Aber das finde ich in Ordnung... Weil ich kenn die Regeln nicht... Oh Gott... Und der lässt mich machen... Weil das ist ja... Ich bin der DM... Und... Okay... Zumindest... Zumindest... Ich hab mich auch schon Leute erlebt... Die einfach wirklich sagen... Ja... Aber ich will das jetzt bitte so akkurat spielen... Also jetzt spiel bitte den Kobold auch so wie es darsteht... Ist mir scheißegal wie deine Welt hat... Hände... Wie wegsteht es aber so? Nee... Da gibt es eigentlich jemanden... Es gibt einen Hinweis... Dass du... Die Regeln sehen das sowas... Aber mach das mal... Du bist der DM... Sag wie du... Sag wie du das willst... Laut Regeln müsste das jetzt eigentlich so... Aber... Guck mal... Das finde ich ganz hilfreich... Da ich noch Anfänger bin... Ist das noch ein bisschen da... Ich brauch die Hinweise... Da sag ich dann auch mal so... Okay... Ja... Wusste ich jetzt nicht... Danke... Danke... Ach... Warum gerade stellen wir immer die großen Hirnpfe rein... Wie läuft es bei dir eigentlich mit dem... Roleplay... Äh... So NPC-mäßig? Ja... Wie es dann passt... Funktioniert oder funktioniert wenig? Ich hab da jetzt auch nicht so... Ich hab da jetzt auch nicht so... Ich hab da jetzt auch nicht so große... Ich hab da jetzt auch nicht so große... Peinlichkeiten wie du... Dass man... Dass mir da da was... Da was zu roleplayen... Ich hab da auch keine Probleme... Ich hab nur das Problem... Dass... Die Charaktere immer anders... Wirken als sie sollen... Und ich bin mir dazu... Wie das auszuspielen... Weil sie immer entweder getötet... Oder... Als irrelevant betrachtet werden... Du hast immer zu viel Angst... Äh... Davor Sachen vorzulesen... Und so... Und so... Nee... Ich mag es nämlich nicht... Irgendwelche Texte... Vor Ewigkeiten geschrieben hab... Ähm... Vorzulesen... Weil sie... Einfach nicht mehr den Ansprüchen genießen... Ich hab halt keine Texte... Ich hab halt einfach... Ja... Ich rollplay das einfach... Vieles Dank... Ich hab irgendwo nie... Die Notiz stehen... Dass dieser... Der Typ ängstlich ist... Und dann... Ja... Dann spiel ich den halt ängstlich... Ja... Bin ich mittlerweile auch... Bei dem Punkt... Manche... Haben hier jetzt nur... Begleicht... Und ich hab mir auch... Oh... Ich muss mal hier weg... Diesen Boss geben... Das ist ein Arsch... Scheiße... Das hier... Ja... Diese Scheiß Skilette... Versteh dich... Gerade kaum... Oh Gott... Ich bin hier gerade... Ein richtig... Skelett-Sformel-Gebiet... Irgendwo... In ein... Nest geraten... Aber es gibt HP... Oh... Ich hab noch das Level... Cool... Noch ein Heisenstein... Dann bin ich auch da... Ja... Ich hau hier mal ab... Das ist hier wirklich... Ich bin hier glaube ich... Bei so einer Skelett-Brutstätte... Oder so... Auf dem Friedhof gelandet... Scheinbar ja... Was wolltest du gerade sagen? Ich wollte sagen... Meine Spieler haben halt jetzt... Eine Begleit-Quest gekriegt... Mit einem NPC... Und ich hatte mir für ein NPC aufgeschrieben... Er spielt... Spielt sehr viel damit... Dass er... Verwandt ist mit einem Gott... Und ist ein gnadenloser... Inkompetenter Vollidiot... Punkt... Ja bei den Sidequests... Die ich mir jetzt... Für die letzten... Erste Runde... Haben wir jetzt nur Sidequests gemacht... Aber das war völlig in Ordnung... Weil... Die waren eh... Das war eh... Erstmal ankommen... In der Stadt... Du kannst da... Erstmal sich zurechtfinden... Völlig in Ordnung... Ja... Scheißig sitzt fest... Kann man natürlich machen... Gerade wenn man halt wie du jetzt... So eine Sandbox-Kampagne macht... Ich mag die persönlich überhaupt nicht... Ich kann mich auch nicht bleiben... Wo man einfach jemanden in ein Szenario wirft... Und dann... Mal gucken... Was die tun... Das mag ich eigentlich gar nicht... Ja... Ich hatte halt... Ich hatte halt für die... Ich hatte für die... Ich hatte für die... Zeitquests halt einfach... Da stand halt der... 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 Der Quest-Text drin... Also... Liebe... Liebe Abenteurer... Kommt mir helfen... Und so bla... Dann hatte ich Texte vorbereitet... Die ich da vorlese... Ähm... Und... Der Rest war einfach... Der war... Und da hatte ich mir noch die Notizien geschrieben... Dass der... Dass der Typ... Dass der Typ ängstlich ist... Und... Dass die Auflösung der... Der... Der Geschichte... Ist das die... Dass das... Dass da zwei... Zwei Gnom-Kinder das Ganze verursacht haben... Und eigentlich das nur ein kleiner Prank war... Das... 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 Das waren meine einzige Notizen... Und da hab ich halt so ein bisschen drumherum... Hab ich halt einfach... Guckt wie die... Abenteurer reagieren... Und dann hab ich dann... Hab ich dann alles danach... Dann... Das hat eigentlich relativ früh funktioniert... Da hab ich dann einfach... Improvisiert... Genieß Improvisation... Nicht immer... Aber immer... Ja... Doch eigentlich immer... Außer entkämpfen... Obwohl auch entkämpfen ist... Eigentlich vor allem... Eigentlich vor allem im Kämpfen... Eigentlich vor allem im Kämpfen... Und dann immer... Ja... Aber... Mach dich schon mal drauf... Gefasst... Wenn du irgendwelche encounter mit speziellen Mechaniken vorbereitest... Für die Spieler... Sie werden sie nicht benutzen... Nö... Wieso sollte ich... Sie werden einfach immer draufhauen... Punkt... Ich... Ich hab die... Ich... 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 Ich werde es wie immer machen... Ich... Ich nehme... Irgendein Monster von... Beyond... Und... Und... Also die... Also die... Die... Die Mechaniken von einem Terrass... Kann ich... Kann ich einbauen... Und sagen... Dass das ein Goblin ist... Das ist... Das ist... Ein sehr großer Goblin... Äh... Jetzt hab ich welche... Schon die abgemuchst... Das ist das... Ungeschillig hier... Das ist das hier... Kann man das... Mal bitte... Beenden... Mich... Nervt das hier zu Tode... Wir brauchen noch einen Würfel... Einen... Mich nervt das hier zu Tode... Ich stelle mich auf den Pilz hier... Und wenn ich das richtig sehe... Waren wir da noch nicht... Das heißt... Den... Ja... Da waren wir noch nicht... Das heißt... Der müsste noch frei sein... Puh... Das müsste der sein... Ich hasse dieses... Die Snippe hier... Das ist so... Nervig... Warte... Ja... Es wird besser... Die nächste Map ist cooler... Ich hasse diese Map echt... Ich geh jetzt auf einen Pilzern... Mach... Mach Scharfschütze... Und das hätte ich sein... Ich muss mal gucken ob ich... Wie ich das bei Bosskämpfen mache... Ob ich da auch irgendwie ein Monster nehmen kann... Oder ob ich da... Für Bosskämpfe nimmst du entweder Monsterwert... Und packst du auf einen NPC... Wenn es ein... Menschlicher Gegner sein soll... Oder du gibst dem Bossgegner auch... Ähm... Tone-Kreppungs-Würfe... Ähm... Um erst zu zeigen... Du Verstärker... Und zweitens effektiv... Äh... Heiler im Kampf... Für dich letztendlich auch zu benutzen... Ach... Gott... Gefickte Kobolde... Ich sterb schon wieder... Zeit den Gefallen zu erwidern... Nervösens... Ne... Der hat sich ausgepickt... Der darf meine letzten Worte sein... Okay... Das war offensichtlich nicht der, den wir noch brauchten... Tschöööö... Ach... Glück zu meiner Fresse... Doch, ist er! Ja! Hab ihn nur nicht gefunden... Wir haben's! Uuuh... Der Glücksfaktor-Steig! Juhu... Okay... Einmal kurz prüfen... Glückswürfel haben wir machen wir jetzt einmal kurz noch den Bosskampf für potenziell guten Lot und dann Körshaus wir sind beide einmal dran gescheitert wir machen den jetzt fertig zu zweit macht das gerne ich gehe ok ich mach den mal kurz zu zweit fertig mach das ich finde es will so nicht hin eh schnell reise komm hin muss das sein du willst ja immer noch weg vielleicht einmal noch probieren dann probier das gut ok du machst es mir ah scheißen Trick bin gestorben sterb doch noch zwei Sekunden aber bin eh bei dir das verrund du meinst ich kann mal für zwei Sekunden reinkommen ja die ist jetzt wieder neben ja die ist jetzt wieder neben ich musste den Modus da und ich sterbe und ich sterbe ich lebe noch das ist sehr verwunderlich eine überraschende Bende sozusagen und ich bin wieder am sterben und ich bin wieder am sterben und ich bin wieder am sterben so muss das ja die haben sie schon halb blau ja überraschend ja die Schäden hier übrigens die machen nicht wirklich was die kannst du aber abschließen dann docken sie und ich töte die um wieder zu heilen ja und zweit ist genau das wenn ich kann wenn ich kann versuch es zumindest gerade bin ich am sterben dachtest du wirklich du könntest mich ernten falsch gedacht grüß tot von mir keine munition die kürzeste jemals verpasst die kürzeste jemals verpasst ich bin tot überlebe ganz kurz naja das sieht schlecht aus ich bin gleich tot ja warte noch 2 Sekunden ich kann nichts versprechen nicht von Alternationen und ja warte noch 2 Sekunden fach im drin keine munition mehr und am sterben und ich bin tot alles gut ich bin noch drin ich bin gleich beim leben ich versuche es der Respawn-Modus dauert ziemlich lange ist das jetzt gut oder schlecht ist das jetzt gut oder schlecht ich habe die große Wummer ich habe die große Wummer oh shit ich bin gleich nochmal im sterben ja und keine munition mehr also ich mag die kürzeste kohle die ich habe aber ich bin tot ihr lädt einfach random ab und zu mal nicht nach ich bin tot wir müssen den Buskampf gleich nochmal machen oder nein wir haben sie so gut wie ich geh auch einmal mit den Tornados rein die sollten das ja erledigt haben dann töteste sie ohne mich sieh wie du glühst kriege ich den totes Stoß vermutlich ich habe ihn nicht gehabt sieht so aus ja hier habe ich ihn wir brauchen zumindest so viele Loot den wir kriegen Nienter Nö hat sich überhaupt nicht gelohnt zu holen Absolut nix so wollen wir dann ein anderes Gebiet ja machen wir dann machen wir die Bodenquest würde ich sagen du gehst vor ja ja jetzt können wir die Bohne machen das war ja auch nicht scheiße ja keine sorge die nächste Map verstehe ich nicht mal vom Aufbau her das klingt ja vielversprechend ja sie ist sehr vertikal ja 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 Tornado Widerspruch ja Hier gibt es eine Regenbogenbrücke. Da waren wir schon links drüben. Wir müssen zur Bohne rüber. Ach, das Spiel leckt. Was leckt es denn an einem Eis? So ziemlich. Ja, schon. Wurde es da angegriffen? Ja, ganz aus Versehen nur angegriffen. Natürlich. Okay, irgendwas ist mit deinem Spielstand gerade wirklich nicht. Ja, es ist bei mir wirklich gerade... Cool, meine Waffe lädt ab und zu random nicht nach. Ja, es ist gerade 2 FPS mein Spiel gerade. Das ist ganz cool. Oh, jetzt geht es wieder halbwegs. Hast du gehört, er ist piratenmäßig sauer? Ne, habe ich nicht gehört, mein Spiel ist. Du hast einen Tipp in der Fettestunde. Guck mal. Ja, man hat einen Läden. Hat man denn hier nie sein, oh? Wurde ich. Das wäre mein Drei Läden. Ja. Nein, nein. Nein, nein. Nein. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Das ist kein Mannspiel. Dann wollen wir nicht so mehr. Nein, nein. Das ist ein rougeeresumeratronium. Ich bin schon wieder am sterben mit dem Gegner hier. Und dich wenn du wirst. Das ist suboptimal, dass du das bist. Auf zu machen Schnurne. Und platzieren über die magische Brune. Hier riecht es irgendwie heroisch. Schau mal, die Stadt da drüben scheint ein sehr schöner Ort zu sein um Wurzeln zu schlagen. Ich bin sehr dankbar. Ich bin sehr dankbar. Die verdammte Stadt ist von einer riesigen Bohnstange hochgehoben worden. Normalerweise fände ich das klasse, aber dann bin ich... Tangergraft. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie diese Map aufgebaut ist. Ich weiß nur, sie ist da. Okay. Und bis dahin bin ich auch nie gekommen im Spiel. Es gibt eine coole SideQuest, die bei mir komplett verpackt war. Ja, vielleicht funktioniert sie hier. Dann müssen wir jetzt ja auch wieder jede SideQuest annehmen, oder? Die SideQuest nehmen wir mit, aber wir machen erstmal die Main. Das ganze Ding hier ist die SideQuest nebenbei. Ach. Was stört dich denn? Das nervige ist die Würfelsuche. Na, die willst du ja auch mal irgendwie durchziehen immer. Ja, aber die können wir ja nebenbei beide SideQuests machen. Dann hast du was zu tun und ich kann meine 100% Run machen. Also nochmal so ein... Nochmal so ein... Nur in der Map... Na, eine Stunde lang... Nur Würfel sammeln machen wir nicht nochmal. Wie gesagt... Wir machen das neben... Ich mach das nebenbei, während die coolen SideQuest machen. Langsam glaub ich, dieser magische Bohnen zu helfen war nicht so cool. Wie sieht's eigentlich mit der Hauptkrist heute? Wir haben beim letzten Mal gestoppt, wo das Ozean verdampft wurde. Wir machen jetzt erstmal hier das ganze Ding. Es ist nur Zeitraubfest. Es waren neue Abenteuer in der neu renovierten Stadt Treibholzen. Ja, ich bewege mich hier mal im Schrittstempo. Stück für Stück, wie es das Spiel zulässt. Ja, außerdem ich glaub wir machen die Map und dann... Hören wir auf, weil sonst wird's nur nervig mit deinem... Krummgelegge. Hätte nichts dagegen. Ja, was soll ich machen? Ja nix, das ist ja genau das Problem. Oh, ich bin runtergefallen. Das ist nix machen. Wer ist da? Du hilfst mir besser, wer auch immer du bist! Das war nur ein kurzes Nickerchen. Zwischendurch dürft's ja manchmal ein bisschen besser. Ja, aber das ist nervig. Sonst. Vor allem weil's halt auch... halt nicht nur dein Spiel ist, weil das bei mir halt dann auch... nicht leckt auf... ah, dass die Gegner immer alle komplett im Arsch sind. Vielleicht funktioniert die Hauptdiepie ist der besser. Das hat nicht mit der Hauptdiepie ist der besser. Das hat was damit zu tun, dass dein Rechner wahrscheinlich dem nicht aufgibt. Das befürchte ich auch, ich kann mir keinen neuen leisten. Wünsch dir doch einen zur bestandenen Abschlussprüfung. Ha, als ob. Von deinem Chef. Wer will mir das bezahlen? Kann's ja mal versuchen. Wir müssen die Leute retten! Treffen wir uns weiter fort! Ganz genau! Es ist dein alter Kumpel, die Faustschlag wehe und gereiht haben. Werdet ihr dem Bösen in den bösen Arsch treten? Ob die gerade mal 1.800 Euro für mich übrig haben oder wie viel? Nicht kostet sondern... 3.000! Ein ordentliches, um die 3.000 plus. Da bist du noch günstig dran. Also auf meinem Konto ist nicht so viel drauf. Also so ein halbes Tagesgehalt von... von einem FTP-Wähler im Grunde. Gänzt du da jemanden? Nö, ich weiß nur, dass ich sehr viel mehr auf dem Konto habe. Ich könnte mir jederzeit einleisten. Machst du mir den Sponsorn? Sonst... Wenn du eine Firma gründen wollen würdest? Das ist nicht das letzte, was du wollen! Ich hab' mal drüber nachgedacht, billige Dinge in China einzukaufen und teuer auf Amazon zu verkaufen. Nein! Warum? Ich hab' gehört, dass es überhaupt nicht irgendwie verwerflich oder so, sondern ganz gut ist, um jetzt auch mein Lebensspiel zu beleidigen. Wär' auf jeden Fall noch schön, wenn diese PC noch ein paar Jahre aushält. Ein oder zwei Jahre, damit ich das Spiel leisten kann. Wird er wahrscheinlich nicht. Zumindest noch ein paar Monate, bis ich mal was verdient habe. Bis ich mal was verdient habe. Momentan wär's scheiße. Du bist positiv, du studierst zumindest nicht. Das heißt, du hast wie du jetzt Geld. Ja, aber nicht so viel. Also aus meinem Konto... ...nicht ausreichend. Ich will jetzt meinen Kontostand jetzt nicht öffentlich nennen, aber... Zumindest hab' ich Blut im Körper. Aber er ist zweistellig. Er ist gering genug, dass ich mir davon keinen neuen PC leisten kann. Zumindest keinen guten. Was dann... Wie wär's mit Windows XP? So einen könnte ich mir vielleicht sogar leisten. Nein, kannst du nicht, die sind scheiße teuer. Schwingung in dieser Richtung. Meine Feenschnurhaare kribbeln. Feenschnurhaare sind übrigens unsichtbar, weil magisch. Also wenn du heutzutage einen Rechner mit Windows XP haben willst, der noch alte Hardware und so weiter hat, dann wird das sehr schnell sehr treuer. Wer will sich den Scheiß handtun? Äh, Retro Gamer. Überwiebeln. Wenn du dir... hehehehe... sicher bist... echt... Denn ja, Dinge von Windows XP sind mittlerweile... ...Retro. Denn ja... ...fühl ich dadurch auch rein. Ja... ...wenn du dir... ...hichter bist... ...mach eins... Hey, hör mal! Wir müssen die anderen Dinge auch reinigen, wenn wir den Parasiten erreichen und die Bohnenstange retten wollen. Heb mich hoch! Wenn ich meine Aufgabe erfüllt hab, werfe ich das Teil hier sowas von weg. Schlange, ich rufe dich! Wo genau bist du? Ich bin der Waffenautomat, wo bist du? Ach, da bist du, okay. Ist auf der Möpfel angezeigt worden. Oh, ist er nicht süß, so winzig, klein und aufhebbar? Ich spüre noch drei dieser bösen Blumen in meinen Feenschnurrhaaren. Die nächste ist am Leuchtturm, also los! Eine Zeitquist. In der verbohrenen Stankenstadt ist eine mächtige, superkönigliche Bestie eingesperrt und sehnt sich nach Freiheit. Sie ist auch sehr hungrig, also bringt besser Snackyleins mit. Wir können danach noch ein bisschen die Hauptkost versuchen. Was ich komplett... Ja... Ja, machen wir. Ich meine, ich kann auch privat die Vlog besuchen. Dann hast du halt die... Weniger Lust ist im Endeffekt. Können wir auch gerne so machen. Da müssen wir noch ein bisschen Content heute drunter haben. Das hier ist Content. Weil es dir nicht aufgefallen ist, das ist ein Actionspiel. Das hat nicht viel mehr Content als Stufen. Haha, ich mach grad hier... Ich hab grad mit dem einen Pilz hin und her hüpfen gemacht. Alter... Boah, ich muss die Pistole sowas von loswerden. Bist du sie? Wenn du das schon so sagst. Ich fand's grad lustig, wie mit dem einen... Ich bin so umgezingelt von Pilzen. Wenn ich grad von dem einen Pilz... Einfach... Ich bin rüber gesprungen, der ist auf die andere Seite gesprungen. Ich bin auf die andere Seite gesprungen, der ist auf die eine Person. Natürlich muss mir nicht die Munition ausgehen leben. Alter! Das ist wieder dieses Level von Scheißigkeit. Keine Munition mehr. Waffe wechseln, Waffe wechseln. Ja. Nicht weit von hier befindet sich einer von meinen Schussern. Das war's hier. Zerschmetter ihn und lass meine Erinnerungen raus. Nimm das Ding. Wieso sollte ich? Das hier. Will denn ne dreckigen Waffen nicht? Das ist die... Das ist die Sprengwaffe mit dem Fisch. Ich bin schon weg. Oh mein Gott. Du bist schon ganz woanders. Du bist schon ganz, ganz woanders. Ja toll, das scheiß Ding lädt halt einfach... Ich bin über den Pilz schon, wann das hingewirbt. Ja, ich weiß. Du kannst ja auch gerne aufheben und nochmal wieder... in den Mitteln. Heißt die Waffe noch mit, oder? Ja, hier bitte. Ey, ich könnte mal ein bisschen Leben gebrochen. Ich bin nicht tot. Ja, das ist schön, dass du Leben brauchen kannst. Ich habe keine Heilfähigkeit. Und ich bin tot. Die war verlegt übrigens noch rum. Oh. Das meinst du mit Leben? Sag doch einfach aufheben. Ich dachte, du kriegst jetzt einfach nur rum. Und ich bin ganz woanders. Nein, bist du nicht. Ich seh dich. Hallöchen. Ja, jetzt nimm endlich den Fisch. Und sag mir vor allem, ob er, ob er, wenn du ihn benutzt, ähm, bei dir auch einfach. Wer nämlich nachlädt, ob das bei mir liegt. 164 Schaden. Ja, das ist mit deiner Granatenwerfer. Und das heißt, er ist Waffe. Ja, und denk dran, ist das eine Pistole. Das heißt, die hat super viele Schuss. Nun lädt sie halt einfach ab und zu nicht nach. Und ich kann nicht immer wieder erdrücken, weil ich es halt nicht wirklich merke. Irgendwie machen Schaden. Ja, gut geht. Würde ich auch gerne weiter gewissen, aber... Ja, das ist mir jetzt. Und dann sollte auch mal jemand gegen die Sachen haben. Deine ersten lasse ich jetzt verstärken. Wurde auch Zeit. Ich glaube, wir müssen da hoch. Nee, glaube ich nicht. Meinst du? Die böse Blume muss irgendwo in der Nähe sein. Finde sie! Da sucht den Rüchtturm nicht in den Bereichen. Ein ritterlicher Edelmann, höchsten Ansehens, sucht hoch oben auf der Wohnenstange einen knappen. Nicht sie hin und helft ihm bei seiner äußerst glorreichen Quest. Hier sind wieder Pilzer. Ein weiterer ruhmreicher Tag in unserer idyllischen kleinen Stadt. Und Fleischpitz. Es ist so herrlich, an einem Ort zu leben, an dem absolut nichts Außergewöhnliches passiert. So ist es. Hier ist alles so wunderbar vorhersehbar, ohne dass sich je etwas ändert. Zeit für einen weiteren Routinetag, so wie immer. Moment, was war das für ein Geräusch? Ich bin sehr viele Gino. Wenn du mal dazukommen machst. Ich bin schon ganz fett dabei, ich bin einfach von hinten. Ja. Man mag es halt vergleichsweise wegen Schaden. Das ist so wirklich. Du könntest nicht campen? Das hab ich gedacht. Ähm. Kann ich sie? Egal. Vor allem, weil ich eher auf Nahkampf gehen wollte als auf alles andere. Ach. Verdammt. Klasse, diese Sterbephasen. Und keinen Gegner in der Nähe. Ich bin tot. Gut. Nice. Das ist das, was ich in diesem Spiel hast. Ja, es ist ein bisschen... Es ist ein bisschen weird gebalanced. Muss ich sagen. Oh Gott, ich bin runtergefallen. Warum tust du das? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Oh Gott. Du hast ne meet. Gros, das heißt. Du hast neugierig. Ich bin nicht mehr der ganzen Flute. Die Faustschlagfee ist ganz schön klein. Das ist eine Fee, die ist so groß, wie sie sein möchte. Und sie haben Dachung. Und Pilze. Ist gerade passiert. Oh Gott, kann man hier mit diese Drachen abschießen? Danke für die Umarmt, Turut. Das müssen wir bald mal wiederholen. Die Draften werden übrigens nicht angenehm aus. Die Draften werden nicht angenehm. Die Draften werden nicht angenehm. Die Draften werden noch verlieren. Dave-имся! ich versuche hier oben irgendwas zu jetzt werden was leben und später viel ernten dass sich etwas unheilvolles wenn ich muss schneide ich die haustschlag aus die heraus ich habe tot Und dann geht's Ich spüre boshafte Energie bei der Kathedrale! Da muss die nächste böse Blume sein! Wir müssen so schnell wie möglich dort hin! Dieser scheiß kleinen Pilzer! Mein kleiner Sissasee, Verschlinger! Da müssen wir hin! Darüber! Ich renne jetzt hier einfach durch! Oh, ich hasse diese schändliche Abscheulichkeit so sehr! Obwohl ich natürlich komplett eigens mit der Natur bin! Hast du nicht vorhin einen ganzen Haufen Pilztypen zu Tore geprügelt? Oh, das ist ganz was anderes! Das waren Idioten! Auch wenn die Stadt mächtig durchgeschüttelt wurde, schießen die Opelienpreise in die Höhe! Oh, ich bin dann abgerutscht! Oh hier! Oh hier, auf Level 19! Ich bin noch nicht mal mit Level 18. Ich bin Level 19. Was levelst du so schnell? Tja. Kann ich endlich mal halbwegs okay Waffen kriegen bitte? Ich hab jetzt minus 7 Einstimmung. Gebrochen, gepeinigt, gegrillt. Wer für die Sende? Wer für die Sende? Wer für die Sende? Überst du faul? Hm. Ich glaub nicht mehr nacheinander kenn ich die Spezialen Geflüge nacheinander pausenlos. Kommt drauf an die haben auch immer unterschiedliche Cooldowns zumindest die Zauber. Ich geh nicht von den Zaubern, ich geh nicht von den Zaubern. Ich geh von den Zaubern. Kommt drauf an. Kommt drauf an. Kommt drauf an. Kommt drauf an. Hey ne Minute zu mehr. Kommt drauf an. 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 Du kommst auf den Dungeons & Dragons. Wir spielen hier Bunkers und Badasses. Wenn es übrigens auch wirklich zu kaufen gibt. Also du könntest destroyer den Game Fans hier verspielen. Warum sollte ich? Das ist ganz lustig mit den Kill-Effekten. Ich vermache meinen Körper. Ich hoffe die Leere ist heute besonders rein. Tzi. Das soll super unübersichtlich sein. Und teuer. Vielleicht spiele ich mal eine Kombination aus. Das Punkt ist ein Bad ist und DSA. Und DSA, okay. Ja, okay, du könntest jetzt den Raketenwerfer benutzen, aber du brauchst einen Skill-Raketenwerfer auf genau diesen Ding, also du kannst es benutzen, allerdings sind deine Werte jetzt auch nicht so gut, wirfen mir mal 3 W20. Hm, du hast eine 1, okay, Raketenwerfer explodiert, du bist tot. Jede DSA-Runde, immer. Die Sache ist gut, von ein paar Jahren haben sie bei Peaks Creed auch tatsächlich versucht, DSA mit einem anderen Setting zu spielen, mit einem modernen Mafia-Test. Das hat nicht gekannt. Ich habe nicht gekannt. Ich habe aber Lust, ich habe es nicht gekannt. Ich habe aber Lust, ich habe es nicht gekannt. Ich habe ein paar neue Tricks gelernt. Oh, level 8. Oh, bist du bereits tot? Du weißt es, ich glaube nicht. Die DSA-Deadleague-Games, die sind ziemlich geil. Generell, die... Die Lore ist auch gut, es gibt ja auch... Ich glaube, Drakenshang war auch noch DSA-Setting eigentlich. Ich weiß nicht, ich könnte auch... Falls du die Reihe was hast, die ist auch super beliebt gewesen. Kann man nicht einfach die Lore von... Von DSA ins... Die Indie-Universum... Das haben Leute versucht. Es ist nicht gut angekommen in der Community. Wir jucken das. Und es hat auch nicht gut funktioniert, weil es ist so spezifische Scheiße in DSA. Die du brauchst, damit das irgendwie Sinn ergibt. Und dann hast du wiederum Geschichten von dem einen Typen, der auf einem riesigen Einhorn auf eine schwarze fliegende Pyramide zureist und mit einem Schwert alle darin tötet. Was eine legitte Geschichte aus DSA ist. Aber... Die Lore hat sich nicht so ein Bild... ...und sieht man schlimm eigentlich nicht. Man könnte aber mal... ...eine Runde spielen, in der... ...ein welche... ...Leute aus... ...den die über das Multiversum nach DSA kommen... ...und dann... Dann merken wir das Scheißes. ...und dann mit einem... ...einfachem Firewall... ...Zauberfüll... ...und die ganze Armeen... ...und die ganze Armeen... ...und die ganze Armeen zu erwähnen. Und er versucht nicht... ...und die Sterzen... ...und die dann wieder Zauberfüllung geht... Du, das ist in meinem... ...ih... ...meinem Universum theoretisch möglich. Äh... Ja, du... ...bei... ...bei mir auch. Ich plane tatsächlich so ein Abenteuer, wo ich einfach mal durchfühlen... Ja, Zeitreisen sind Sachen, die möglich sind. Ja, ja. Ja, ich hab... Ich hab eine ganz viel Großkampagne... Soll ich das dir... Meine ganze Welt ist eine aus der Zeit gehobene, aus der Zeit gehobene, besteht aus zwei Kontinenten, die aus Flat Earth mäßig aus einer, wie eine Platte aus der Welt gehoben wurde. Ein bisschen, wie außerhalb der, wenn man über die Grenzen der Zeit geht, kann man theoretisch überall landen. Ja, ich hab mir einfach Multiverse gebaut, Punkt. Ja, du kennst da. Ist halt lustig, ich hab halt schon geplant. Ja, ich hab halt tatsächlich schon geplant, dass ich mal die Spieler aus D&D nach DSA schicke und danach nach Cthulhu. Einfach irgendwo den 90-Jährigen fertig, alle drehen durch, während sie mit dem Schwert gegen irgendwelche Defake lassen im Alltag. Ich hab schon eine Session geplant, relativ weit am Ende, wo die, also, da sind die schon in Level 20 und so, dass die mal in die echte Welt kommen. Das ist die mal ins Amerika der 2020er Jahre, dass die mal dort versteckt. Versteckt. Ich hab schon, ich hab mir schon Monster-Werte für ein, ich hab mir schon Monster-Werte für ein Auto besorgt. Ist es das beschworene Auto? Ich hab mir da selbst, ich hab selbst ein Home-Blo-Dings erschaffen. Ah, okay. Es gibt, es gibt nämlich was, ähm, für die modernen Stationen. Da kannst du sowas wie Summon-Far oder so. Und dann ist das Auto halt entweder ein Feen-Wesen oder ein Dämonisches-Wesen, das dem wie, wie viel Abgas aus dem hat. Das Monster heißt, das Monster heißt einfach, heißt bei mir ein großes Metall, große Metallkäfer. Big Metal-Bug. Ist es ein Sausie-Käfer? Ich muss noch irgendwas, ich muss noch irgendwie, irgendwas mit W muss da noch Big, Big Metal, dann ist es ein BMW. Big, Big Metal. Wie wärs mit Reagan? Big Metal Reagan, ist einfach ein BMW. Ja, aber kein BMW, der ist so. Es gibt es einfach so ein richtig fetter Monster-Truck oder so. Wäre lustig. Na, ich werd's den Spielern dann auch so, äh, irgendwie, ich muss den dann so beschreiben, als ob es da... Dass man nicht eindeutig daraus erkennen, dass es ein Auto ist. Weil die dann... Weil die... Weil die Charaktere treffen natürlich auf eine Welt und auf Sachen, die sie absolut nicht so... Okay, ähm... Wir treffen jetzt auf ein Auto, aber haben noch nie ein Auto gesehen. So ein bisschen so... Okay, ähm... Was ist jetzt? Wie komm ich jetzt dahin, wo du bist? Bin jetzt hier noch wohin? Ja, einfach weiter gehen. Ich bin hier noch unten... Ähm... In der Hauptthalle. Dann komm ich hoch. Ich blick's grad eigentlich nicht. Ach, hier gibt's ne Tür. Ich bin hier, da... Ja. Wie... Ich bin hier. Ich bin hier, weil, du... Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ehrlich gesagt. Also es gibt legit Zauber, mit denen du theoretisch Zeitreisen kannst. Oder sowas wie Claim Shift oder so. Ja, ich verkaufe das so, dass das halt eine Grenze ist, über die die Leute halt nicht. Warum habe ich... Achso, das ist meine Eiswaffe. Ja, die Mütte der Legenden ist übrigens immer kaufbar. Offensichtlich. Also wie lauter. Ja, ich verkaufe das halt so, dass das einfach eine Grenze ist, über die es noch keiner geschafft hat. Weil es halt einfach... Oder die, die es geschafft haben, nicht zurückgekommen sind. Entweder weil sie tot waren oder... Oder weil sie einfach nicht zurückgekommen sind und jetzt, keine Ahnung, Apple gegründet haben. Das wäre eine sehr lustige Möglichkeit, wenn du einfach dafür sorgst, dass sie auf irgendwie... Keine Ahnung... Nee, ich bin gerade runtergerutscht. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Zum Beispiel... Keine Ahnung. Du sorgst dafür, dass sie auf den CEO von Tesla treffen und es ist einfach irgendein komplett egozentrischer Beholder. Mit Disguyselfen. Das wäre sehr lustig. Das ist einfach ein Mimic. Jeder fester Cybertruck ist eigentlich ein Mimic. Und sie sind sauer, zu nichts zu essen, kriegen wir lieber zu frei zu kaufen. So leicht kann man mich nicht aufhalten. So leicht kann man mich nicht aufhalten. Ich verstehe nicht gerade nicht. Die Kampfgeräusche sind zu laut. Können wir das Spiel einfach mal leise? Du hast diese Macht. Ich bin nicht mitten im Kampf. Man nennt sie Optionen. Die sind glaube ich schon relativ leise. Wenn du niemanden sonst hörst, dann sind sie nicht so relativ leise. Nein. Ich bleibst mal da rein. Ah, nice. Ich hab hier viele Dramen. Schön, ich bin tot. Ich stehe schon drauf gleich. Keine Munition. Die kürzeste jemals verfasste Tragödie. Uh, das war lecker. Ich bin scheinbar in einem Drachenbrot gelanget. Ich weiß nicht, wo du gerade bist. Ich bin vorgerannt. Kämpfe gegen 6 Dachen. Gut. Ich bin in den Westen geraten. Ach, da hinten bist du aufgenommen. Ich bin so froh, dass du gesprungen wurdest. Und 3 von denen habe ich schon abgehakt. Ja, ja, die Wirbelschmutzung. Wir können selber Wirbelschmutzung machen. Ist aber nicht so coole wie meine. Das war Nummer 4. Es sind aber noch ein paar. Das war Nummer 5. Das scheint es dann auch gewesen zu sein. Ach so, ich folgere auf meinen Eindel, die wir auf den Kärten. Mhm. Was glaubst du, wie oft ich auf meinen, bei den Pilzen eingeschlagen habe? Ja. Ich hätte doch den mit dem kleinen, äh, großen Schädel nehmen wollen, statt zu innen. Vielen, vielen Dank. Fast ein bisschen schade, dass man seinen Liban-Gefährte nicht vom Himmel holen kann. Ich glaube, dass man seinen eigenen Satten füllen kann. Das wäre fies. Ich müsste, dass der auch einen HP-Walten hat und das dann aber immer so, ums, ähm... Der hat einen HP-Walten, zumindest mein Pilch-Gefährte. Man kann ja auch wenn die Fire ist ausgeschaltet. Ja, guck mal unten rechts, du müsstest sehen, dass dein übern Gefährte auch einen kleinen HP-Walten hat. Wie fährt er das oder er hat keinen und das ist dann ziemlich unfair. Ich bin gerade gestorben. Ja, das ist ein HP. Der Artefister in meiner Gruppe, der hat auch schon Steel Guards dabei. Ah, ihr seid schon Stufe 3. Stufe 4. Oh, geht schnell. Wir haben mit Stufe 4 angefangen. Oh. Das war die erste Runde. Ich hätte ja auch mit Level 1 anfangen können, aber ich glaube, dass das dann... Die können schon gern was füllen. Ja. Meiner hat jetzt erst Stufe 5 erreicht. Wir haben mit Level 4 angefangen und haben Level 5 noch nicht erreicht. Alter, bleib doch mal stehen! Und wieder der alte große Junge, was? Das macht ihr, du achtest immer auf die Details. Meine Feenschnurhaare sagen mir, dass ich bei der nächsten bösen Blume mehr zupacken muss. Die haben Schnaubärte? Nein. Ich meine, können sie haben wahrscheinlich, wenn es fliegende Katzen sind. Ach so, allgemein Feenkreaturen, ja klar. Das Gläserbeest sind auch Feen. Technisch gesehen. Und dann eine Tabaxi-Feen-Mischung, das wäre... Wahrscheinlich. Muss ich nicht sein. Wie gesagt, Feen sind einfach probiert. Sie können sein, was sie wollen. Wann sie wollen. Wie sie wollen. Wann sie? Wann sie wollen? Wann sie wollen? Wann sie wollen? Ich kann jetzt eine Vic holen, die Verkäten. Ick, die Verkäten... Ich hab noch ein neues Verkäten gehabt. Wann ich début? Ich habe ein riesiges Auge. Ich bin gerade am sterben. Ich habe keine Emotion mehr. Ich bin tot. Mach mal nicht. Und dieses Mal glaubst du an dich selbst. Du bist von dem Dumpen. Okay, ist der zu Gloob. Nein, deine Pistole hat bisher noch keine Probleme gemacht. Ja, cool. Dann lag das wahrscheinlich wieder an deinem Spielstand, der bei mir dann ein bisschen mehr verpackt hat. Du bist da an dir. Äh nein, bei mir habe ich mich ab und zu einfach nicht nachgeladen, weil ich halte es nicht. Wahrscheinlich dann immer, wenn du Leck hast und dich halt in dem Moment gerade geschossen hast. Kann ich mir das einfach nicht vorstellen. Kann auch sein. Na ja, ist doch schwer, dass hier viel los. Bösartige Blume. Ich glaube, das ist der Boss hier. Ach, noch gut, ja. Ich habe den Zyklopen gerade voll ins Auge geschossen. Beziehungsweise im Auge. Es gab keine Achievement dafür. Nein, aber es gab einen toten Gegner. Dafür gibt es heute ein extra Leckerli. Es gibt den Resident Evil 2 ein Achievement dafür, dass du neben dem... ...müßt neben Mr. Exile Lutert abschießt. Er hat eine Abwagung. Er hat einen Chau. Ja, tja. Ich brauche mal schnell nen Kill. Ja, ich kann doch im Moment nicht so richtig zuschlagen. Irgendwas scheint... Bei dir dann... Alter! Es ist heute generell etwas merkwürdig. Ja, ich kann nicht mehr zuschlagen. Cool. Man muss heute mit Waffen kämpfen. Okay, irgendwas scheint hier einfach verbuggt zu sein. Ja, das ist scheiße. Das kann gut sein. Keine guten Waffen. Nur fucking Sniper. Dafür hast du vorhin ne Goldene gekriegt. Willst du ne Eishoffer haben? Ja, gerne. 7x4 Schaden. Von mir aus. Du bist der Stark. Menzy Golden. Komm, gehen wir. Das gibst du jetzt meine eigene Waffe wieder. Ich verdiene es mir... ...in Blut. Wo bist du? Ich nehme einfach das hier. Ich droppe dir mal die Eishoffer. Vielleicht kannst du die benutzen. Ich will nicht meine eigene Waffe wieder haben. Das ist nicht deine eigene Waffe. Doch, die habe ich geholt. Auf dem anderen Charakter. Dann nehme sie und verkaufe sie. Ja. Okay, die hier sieht zumindest aus, als könnte sie was. Hier gehts runter. Weit runter, Tomodachi. Möchtlich hast du Kobacken aus Stahl. Also rutsch los! Oh oh. Oh, die Zetter. Bist auch schon am Rutschen. Ja. Du willst zwischendurch immer Ziele auf die du schießen musst. Ich weiß, du nimmst die aber alle mit. Na, wie geht's dem Hintern? Alles fit im Schritt? Hier ist nichts. Hab's. Ja, das habe ich verfehlt. Ist egal. Dafür gibt es sowieso nichts. Ja. Das ist ein Unterschluck des Parasiten. Und nicht. Mhm. Jetzt dank, hier dank. Na, das ist der Portal tot, oder? Ich geh davon aus, dass das Portal, ja. Ne, da sind wir rein, da sind wir hergekommen. Da oben, über den Wolken, auf der großen Bohnenschlange, benötigt eine knipze kleine Sache eure Aufmerksamkeit. Ein Zauberer braucht etwas Hilfe bei einer... Sache. So los, helft ihm. Für Geld und Zauber. Hast du wo wir hin müssen? Ja. Ich bin tot. Das Leben ist zum Leben da. Dann komm halt her. Warum fällt da ein Schwein durch das Portal? Äh, ein Schaf. Keine Ahnung, ist vielleicht ein Schaf-Glob-Portal. Ein Portal, das Schafe globt. Los, tritt den Parasiten in den parasitären Po. Ich hol dich aus, denn es vorbei ist. Oh, schon wieder ein Rutscher. Ja, rauskam. Und ich hab keine Munition. Denkst du nicht? Ich hab eine super schwache Munition habe ich. Keine 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 Munition. Ich hab die Nur mit drei Energiewalten. Werde mal ein bisschen Hilfe gebrauchen. Fokusiert sich auf mich. Ja, ich bin ein bisschen Hilfe gebrauchen. Ich muss mich ganz rein mit ihr. Hurriere ich ein bisschen Hilfe gebrauchen? Die ganze Zeit rein. Zweite Phase Ich bin recht tot, bleib am Leben Also ich kann den Skelett noch besiegen Ja, bin wieder am Leben Auf den Parasiten Alles gut, das Dämon hat ziemlich guten Schaden mit der Waffe Jetzt wo der am Boden ist Jetzt wo man tot ist, geht hier Ich bin tot Bleib am Leben, bleib am Leben Der kann mir nicht viel dagegen setzen tatsächlich Ich bleibe ganz gut am Leben Schon wieder Pilze Einfach Einfach Ja, jetzt empfehlt sich dieses Spiel Fast als würden wir Last of Us spielen Last of Us ist auch so eine Sache, die ich noch spielen muss Das steht auch noch lange auf meiner To-Do-Liste Das steht auch auf meiner Pale of Shame Äh, Backenpfiffes Hehehe Pale of Shame Mein Pale of Shame ist größer als Das meiste Das meiste Meines auch ewig Last of Us Ich wollte schon so lange spielen Aber nie Macht Das auch noch Ja Das steht nicht mal auf meiner Wunschliste Soll ich mal draufsetzen Ja, aber dann schiebst du natürlich solche Spiele eigentlich das hier Tja Last of Us kann man halt nicht im Multiplayer spielen oder doch Last of Us So leicht kann man mich nicht aufhalten Das hatte ja seine Kontroversen Weil die Leute wieder Sachen reinbekommen haben, wie sie da sind Last of Us hatte Kontroversen, weil es ein schwuler Charakter drin ist Und weil ich das aufgeregt hast Nein, Last of Us 2 hatte Nein, ich bin tot Nein, Last of Us 2 hatte Kontroversen, weil ein Charakter Eine realistische Frau war Ja Und kein Asiatisches Anime Riesenbrüste Keine Klamotten Ding Ja, die Leute, die Regen drehen sich auf wenn der Tag lang ist Das Ja Das Internet ist einfach Das Internet ist ein dunkler und böser Ort Hast Ich musste mal das Video schicken von dem, falls du es noch nicht gesehen hast von dem Und wie hieß der Kanal, der Wenn man diese Aufklärungsvideos macht Da gab es mal ein Gab es jetzt ein Ich habe jetzt ein Video gesehen Über das Internet Oder wie das Internet uns verderbt Was das Eigentlich Eine sehr wahre Sache Oh, er ist tot Und irgendeine Tornatur und Drop Gott sei Dank Endlich mal Waffen Ich habe nichts Also so generell Endlich mal Waffen Eine Wow Ich habe weiße Waffen Das wäre mir sogar egal Ich will nur irgendwelche Waffen, die nicht scheiße sind Ich habe eine Ich habe im ganzen Drop hier Eine Pistole Ich habe hier nicht eine Kick Skins und Das ist schon Rüstung Ja Es ist sehr nervig Ich habe eine Pistole und ich weiß nicht wie gut sie ist Sie ist okay So haben wir es geschafft So haben wir es geschafft Oh eine Waffe Toll Das haben Die Bodenstange ist in Sicherheit Dank dir Und die Stadtbewohner Achso Ja Dir auch Das ist auch gut Jedenfalls danke dir für deine Hilfe Vergiss nicht Nur du kannst Sporenspitzen verhindern Und damit ist die Korruption Geschichte Und die Faustschlag Fee konnte Äh Ihr wisst schon Gehen wohin sie wollte Um mit der Natur anderswo im Einklang zu sein Und Seien wir ehrlich Was zu schlagen Das ist so sein Ding Quest abgeschlossen Level 20 Nice Cool Nicht Level 19 Cool Und ich habe einen Achievement dafür bekommen Wieso bin ich jetzt mittlerweile ein ganzes Level Hinter dir Wisst du das Ja ich weiß nicht Ich mache jetzt nach drüben den Obelisk Ist mir scheißegal Dann kriege ich vielleicht auch Level 19 Und vielleicht Level 21 direkt Wo du meinst Dieser Obelisk Wird einen geflügelten Wimmern heraufbeschwört Verdorben Und Boshaft Und Sicher Und Nun Alles Noch fieser als ich gerade beschreiben kann Ah Noch fieser als ich gerade beschreiben kann Geflügelt ist eigentlich schon fies genug Zumindest macht die Pistole mal Schaden. Einfressen. Nice. Plus 9. Könnte ich auch gerne Hilfe brauchen. Ich hab keine Ahnung wo du bist. Hier drüben. Du willst die Obelisken machen. Dein Ding. Danke. Ich dachte wir gehen jetzt zum Hafen zurück und erkunden das verdampfte Meer. Achso ja. Das machen wir auch gleich. Du hast die Wevern wieder Wevern geholt. Ja wie gesagt. Machen wir das jetzt hier erstmal. Den Forscher war gerade in der Nähe. Was ist denn da jetzt ein komisches Fass in die Fresse geflogen? Mir ist ein Schneeball in die Fresse geflogen. Warum auch immer. Der Schneeball ist glaube ich einer von dir angegriffen. Ja von dem. Warum sind hier so viele. Einer weniger. Und ich bin am sterben. Ich hab ein Level Up. Das ist mit Wunsch. Ich bin tot. 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 Aufwachen. Es gibt Eier und Todschlacht. Es gibt Eirons Totschlamm. Sehr schön. Oh, oh, ich bin fast vollständig. Minus Eindracher. Ja. Ah, der hatte doch tatsächlich hier Loot. Also echten Loot, den man auch mal benutzen kann. Ja, wenn du ihn besiegst, kannst du damit in den Nether. Ich treffe ihn bloß nicht. Hm. Du darfst ihm nur kein Dead aufstellen, dann bist du sicher. Alter. Der SP hat voll in die Fressen geflogen. Und das ist kein Gitter mehr. Kannst du mich mal wiederholen kurz. Auch jetzt ist sofort ein Zauber, den ich wirken kann. Danke. Und ich währenddessen nicht sterbe. Oh, ich hab mal Chiffen bekommen. Ich hab mich zum ersten Mal wiederbelebt scheinbar. Ja. Ich hab die Tollen auch zum ersten Mal wiederbelebt. Ich glaub, es sieht kein anderer ausweg. Der Wyvern fällt! Seine ledernen Schwingen werden nicht mehr schla. Cool. Hat das uns jetzt irgendwas gebracht? Ja, hier hinten hat er was verloren. Oh. Oh. Scheiße. Hat das Haus auch nen Eingang? Ich glaub nicht. Wieso zur Hölle krieg ich nur Sniper? Weil du Fernkampfkämpfer bist? Ich bin Nahkämpfer. Ich hab keine einzige Shotgun. Tja. Ich krieg auch in den ganzen Automaten nie Shotguns. Die Pistole hast du mir gegeben. Ich hab auch selbst wieder ne gute Pistole. Das ist jetzt nicht das Problem. So, ab in dir. Am Zaubfest würde ich sagen. Ja, sofort. Ich muss nur Einstimmung kurz erhöhen. So. Ich bin bei plus 8% Abklingzeit. Immerhin. Hier fallen scharfe Lichtportale. Das hatten wir schon. Ich mein, du kannst nicht... Wir können auch den Auftrag von dem Zauberer machen. Das wird dann wahrscheinlich mit dem Schaf sein, wenn ich das interessiert, aber... Nö. Ich würde gerne die Hauptquests heute mal weitermachen. Warum? Du weißt, dass es nicht so viele Hauptquests hier gibt, ne? Sollte jetzt irgendwie schon bei drei Vierteln durch sein. Das ist noch was anderes Spannendes. Ja, Moment. Und was anderes hat mir... Das ist... Ja, wie gesagt. Wir können die ganzen Sidequests machen. Das ist 90% von dem Spiel. Aber wir können auch die Hauptquests weiter machen. Das ist mir auch egal. Das nächste Gebiet kenn ich halt noch überhaupt nicht. Dann können wir am nächsten Mal wieder Sidequests machen. Das Verlies da drüben verströmt starke. In mir ist ein Schreinteil-Vibes. Dieser Schrein ist der Göttin-Grind-Dunner geweiht. Der Schutzpatronen der Erfahrung. Der ist zu einem Felsen an. Ups. Verdammt! Und zugenäht! Eine Rottessenz. Du findest ihn in einer Höhle in die Meer. Na los! Bringen wir Chaos über die Welt! Show uns bald! Bist du schon wieder am sterben? Wie immer. Sterbliche Pausen los. Wie ein Brunner ist gleich. Jetzt bin ich am sterben. Ich bin ein Brunner. Ich bin ein Brunner. Ich bin ein Brunner. Das wird mir gut tun. Ich bin ein Brunner. Okay, ich habe ich wieder etwas zu nehmen. ist ja hauptfest wir müssen jetzt nicht auf die stadt zurück oder nicht nein müssen wir dafür hin wir müssen hier runter da wo ich gerade stehe ich habe keine ahnung wo du bist mal wieder hinter dir wenn du einige meiner brüder siehst hilf ihnen das haben sie nötig ich bin so rettungslos gerade da hinten bist du ja da wo die der christmarker ist ich weiß man musste irgendwas hier machen irgendwas mit dem alchemie typen aber ich weiß nicht mehr was ich hole mir noch einen kaffee und dann können wir auch das hier war es okay die eine zeitquests hier müssen wir machen und dann wenn wir die hauptquests weitermachen weil die natürlich irgendwie verbunden sind und was jetzt weil halt okay ja es ist einfach wieder ein dungeon dann mache ich nach dem dann schon eine gute kaffeepause meine leichteste übung was ernsthaft danke für die umarmten tot das müssen wir bald mal wiederholen ich mache nichts anderes als sterben ja das tut sie auch ja das tut sie auch ja das tut sie auch ja wenn ich gerade mal nicht angegriffen werde ich kann mich nicht mehr heilen wenn ich mit einem sturm von zingelt bin von gigan ich bin auch am sterben das könnte interessant werden ich bin schon wieder am sterben ich habe mich bestanden eine grüne waffe ich kenne was ich gucke gerade ist ein raketenwerfer heute ist setz jemanden in brandtag das willst du dir doch nicht entgehen lassen oder die reine das essenz ist so nah' dass man sie riechen kann 250 schaden ich habe eine sniper mit 250 schaden uh Soll ich sie mal tauschen? Versuch's da mal. Nachkampf mit der Sniper ist nicht so leicht. Es geht. Bin's gewöhnt. Hab ja nichts anderes. Es ist ja nicht NCIS, wo in der eine Folge Gips einfach mit einer Sniper reinkommt und dem Schurken ins Gesicht hält. Wenn du sie jemandem ins Gesicht hältst, dann ist das kein Nahtampf. Du hast eine richtig große, fette Waffe, um sie deinen Kopf zu explodieren. Bringst du jetzt jemandem ins Gesicht. Ja, weil er steht ja mit einer Sniper. Wenn du weißt, wohin sie trifft, dann ist das Ding auf kurze Distanz auch nicht weniger tödlich als auf zwei Kilometer. Gut, aber es steht ihm halt wirklich so, also nicht im Gesicht, aber steht ihm halt im Raum gegenüber. Es ist trotzdem eine zu große und recht beeindruckende Waffe, von daher. Ja. Ich kann's schon verstehen. Ich mein, wie würdest du reagieren, wenn ich jetzt mit einer Piratenkanone im Raum stehen würde und ich bedrohe? Ich hab dein Herz. Perfekt! Damit kann ich die Lösung fertigstellen. Das ist eine Kugel. Stell dir mal vor, jemand steht dir mit einer Harpune gegenüber. Du hast total reagiert. Die Zeit nutzen hinter ihnen laufen und die Männer und die überstechen. Wenn die feuerbereit sind, dann sind die auch nicht langsamer als eine Schrotflinte. Ja. Eine alte Piratenkanone mit diesen zwei Meter großen Kugeln drinnen, die sind da. Der kannst ausweichen. Ja. Der kannst du ausweichen, aber dann ist halt auch nicht mehr viel Raum übrig, ne? Ja. Ja. Ja, gut. Wark. 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 Okay. Wark. Zahl. Guck. Wark. Wark. Warte mal eine kurze Pause machen, bis es nicht jetzt durch los geht. Ich muss hier mal ein bisschen durchlüften und mir einen Kaffee holen. Weil hier sind es wieder gefühlte 33 Grad. Mach das. Und so setzten die Idioten ihre lange, sinnlose Mission fort. Sie latschten durch die Ödnis, die sie geschaffen hatten, und zertrampelten dabei kostbare Korallen unter ihren Stiefeln. Ihr seht viele zuvor verborgene Schätze auf dem freigelegten Meeres Gunst. Da war viel Schrott und Gerümpel im Meer. Jede Menge Treibgut. Treibgut? Ist das nicht er? Strandgut? Treibgut ist vom Schiff gefallen. Strandgut wurde abgeworfen. Oh, interessant. Darauf fällt mir nicht mal eine schnippische Antwort ein. Lernen kann halt auch Spaß machen. Seht ihr die Zerstörung, die sie zurücklässt? Eine Ödnis voller kaputter Spielzeuge, die sich fragen, warum sie von ihrem Schöpfer verstoßen wurden. Aber das ist doch alles nur, um die berühmlich aufzubauen, Schicksalsbringer. Nur zwei. Könntest du nur die ganzen Fische fragen, die ihr eben vaporisiert habt, was sie davon halten, vom Schicksal geeint zu sein. So, na dann. Bis gleich. Ich meine, man hätte da hochklettern können, sich da draufstellen und dann nach oben. Nee, nee, das wäre zu leicht. Ist zu einfach. Das macht man ja nicht. Jetzt gehen wir den ganzen Weg zurück und klauen herumschlüsse. Oh nein, das machen wir ernsthaft, oder? Wir gehen wieder zurück. Oh mein Gott, sind die... Und die beiden brechen aus. Ausgerechnet die beiden. Wollen wir nicht doch drin bleiben? Ich glaube, es wäre sinnvoller. Also, da lernen die vielleicht noch was. Jetzt den ganzen Weg noch mal zurück, das ist überhaupt nicht auffällig oder so. Wie aus Entner bricht aus, um Entner bricht aus zu zitieren, kannst du es natürlich versuchen. Aber wenn es nicht klappt, dann solltest du vielleicht mal darüber nachdenken, ob es vielleicht die richtige Zeit hier für dich ist. Ja, ganz ehrlich, ich glaube, der Plan, 100 Liegestützer am Tag machen und dann einfach die Wand einreißen mit der Pause, sinnvoller als das. Dann lauf und springen über die Mauer. An einer niedrigen Stelle. Wenn der Wind ins dich steckt. Hallo, warum sagst du denn nichts? Sagen wir mal so. Ich will dir davon nicht abraten. Wenn es nicht klappt, solltest du es vielleicht als Signal erwirken. Vielleicht gehörst du dann gar nicht auf die andere Seite der Mauer. Das fühlt sich schon irgendwie gut an, einfach auf die zuzugehen und sie einfach mit einem Schuss loszuwerden. Wie wirft man eigentlich Dynamit? Du zündest es an und dann drückst du linke Maustaste. Wie zündet man das an? Mit L. Du sollst es nicht zu lange in der Hand halten. Nee, irgendwie klappt das nicht. Aha, okay. Oh, linke Maustaste. Ich glaube, ich trockne mir auch ein paar Arme und Beine. Ich meine, warum nicht? Oh nein. Ich habe gerade eine Dynamitstange gerade nach oben in die Luft geworfen, deswegen habe ich auch nein gesagt. Ja, das sollte man vielleicht nicht machen. Das habe ich auch schon getan. Okay, hier müssen Beine ran. Ich meine, das Baumfernen mal ein bisschen leichter. Ja, ich meine, wir haben eh unbegrenzt Dynamit. Ja, von daher, warum solltest du es nicht tun? Ja, natürlich. Ja, diese Grundsatzung. Ein bisschen mehr Frenk gefühlt in die Stimme. Gute Nacht, Deilers. Lovegood. Jetzt bin ich noch kurz drin. Oh, das ist der Glitch. Jetzt habe ich es unbewusst gemacht. Vielleicht kann ich euch mal zeigen. Damit kann man etwas, was vom Spiel gar nicht früher vorgesehen ist. Komm, hier mal landen. Schaut mal, wo wir sind. Die Grüfe von der Gemeinschaftsraum. Die Grüfe von der Stabsdeter, um genauer zu sein. Ein paar für ein paar von die Grüfe von der Gemeinschaftsraum. Wir haben uns reingebracht. Ich hoffe, wir kommen hier noch raus. Wir haben jetzt sogar Flopülber gefunden. Können wir jederzeit hier hin, oder was? Ich weiß, Kopfnose nick. Ich weiß, Kopfnose nick. Das ist fantastisch. Schaut euch kurz. Schaut euch hier um. Die Grüfe von der Gemeinschaftsraum. Das ist jetzt Hufflepuff, die jemand sein würde. Freiheit. Bis draußen ist er am Jens. Meines Vaters. Es muss doch irgendeinen Hinweis darauf geben, was damals wirklich passiert ist. Und etwas, was meinen Vater entlastet und Dr. Marcelles falsches Spiel auflegt. Auch gut. Dann muss ich nur noch wissen, wo genau das Haus ist. Wow. Und wie man dieses Ding hier fährt. Na, sorry. Er hat immer gefragt, ob du überhaupt Auto fahren kannst. Wo bin ich? Was ist passiert? Es gab scheinbar eine Art Unfall. Harvey? Harvey? Geht es dir gut? Ich bin okay. Dir passiert nicht so schnell was, wenn deine dürme Säule aus Frottee ist. Aber wir haben ganz viele Sachen verloren. Nein. Ich habe schon früher schon ein großes Brot. Ich bin ja auch nicht. Nein. Wir haben jetzt unsere Mithaf oder ein Kitschapp und so weiter. Nein. Ich habe gar nichts gemacht. Er wollte mich nur beschützen. Er wollte mich... Du erreichst jetzt wirklich mit deinen Ausreden. Du warst ihm 30 Jahre alt. Hältst du. Du bist alles. Hältst du. Der Scheiß-Vater. Geh in der Zimmer. Wirst du deinem Knie nicht wehtun? Was für ein neuer Vater. Diese Drohung, die du jetzt willst. So was kann ich nicht sehen. Wieder hier. Mami! Ich habe Angst vor dem Monster. Mami, sie wollen mich holen. Schätzchen, du weißt doch, Monster gibt es nicht. Ich lasse das Licht an und die Tür auf, ja? Komm, schlag jetzt, Süße. Stimmt, du bist gut. Halt's Maul. Lass mir bitte eine Minute, Philipp. Ja, gib dir, gib dir. Ich muss dir Zeit mit dir unterhalten. Da ist es so. Halt's Maulhausch. Halt's Maulhausch. Halt's Maulhausch-Gesicht. Halt's Maulhausch-Gesicht. Kannst du durchkommen? Geh, lass uns gehen. Oh ja, ich darf. Mist sein. Ja, heu doch nicht rum. Komm, angefasst. Ja, vermiss dich. Wir sind grade von Monster. Ja, sicher. Na, sicher. Ja, sicher. Ist es auch hier draußen? Jetzt ist mein Stuhl. Ja, wirklich. es sieht so aus als ob ihr nicht ganz die attraktion seid mit ihr euch haltet ihr seid nur drei absolute dummköpfe in einem großen kinover na sehr toll haben sie eine zeitmaschine verpflanzt das ist nicht froh dass das erledigt ist sieht so aus als wäre wieder alles in hier gelockt du musst sie überwältigen die haben mich gerade entdeckt die kommen jetzt gerade zu die zu mir raus hier ich bin aber auch draußen draußen ich bin bei dir draußen modi das auch eine idee das war ein alter mann natürlich habe ich dem die flitte geklaut ich habe eine flinste ist uns aus ok neue klamotten ohne nähmaschine ein platten spieler ich habe mein ziel erreicht die haben kauberhüte klamotten wir können uns umziehen ist ein schrank zu ziehen ich setze ich ziehe mich um ja ich komme gleich kann ich auch was mit dem bild machen ich will es auch noch verunstalten nein ja ich habe eine klamotten angezogen mein fucking gott ich habe recht jetzt zieh du mal deine ich habe mich zuerst eine klamotten aus ja ja du hast du dich flameny school Trash-Mail-Game, wo ist denn jetzt? Legend of the Secrets Ist halt leider viel zu realistisch 3-2-Play in der Reihe, das ist ein 3-2-Play-Game Gesamtlich ist nur ein bisschen zu verdanken Nice Starten wir das Spiel Äh, ist kein Spiel Der Head-Face konnte nur mit Anwendung von den Kunden Äh, natürlich Anwendung von den Zugriff auf deine Fotos Dokumente zwang die Kunden und den Sie können es aber mit verloren Ich stimme den Geschäftsbedingungen zu Artikel Er ist nicht so der Dienste Der User bestätigt aller Regeln Für die Dienste In diesem Geschäftsbedingungen zuzustimmen Insbesondere stimmt er zu Soviel sein Geld wie möglich Für kostenpflichtige Spuren heranzugeben Sein Erbe zu verschweiten Ich verstehe da So Sind wir hier so Sind wir hier so Sind wir hier so auf dem Unterwasser Level Ja, Unterwasser Level Bloß, dass das Wasser fehlt Erstmal Waffen verkaufen Wir brauchen ein anderes Beutesystem Das kostet mich ein Vermögen Wirf es auf den Haufen Nicht schlecht Hier sind etwa Kröten Ich hoffe, der echte Besitzer meldet sich nicht Ah Endlich Kundschaft mit Geschmack Geht dein Vermögen verantwortungsvoll aus Geht dein Vermögen verantwortungsvoll aus Ach, das ist Schrotz Ach, was für eine Schönheit Ich hoffe, mit der echte Besitzer Ich habe hier ein Objekt-Dings Ein Schild, glaube ich, mit 956 Geht schlecht mal Ja, sollst du vielleicht mal benutzen Sieht nicht schlecht aus Ich hoffe, der echte Besitzer meldet sich nicht So gut wie eingeschmolzen Ich bin ein Paladin, nicht ein verdammter Heeler Wegen So, befehle den Grund des Ozeans Oh oh Wie lange geht es nicht Du siehst es auf der Mini Map Jeder, der ein Videospiel spielt, wird nach... Ich bin wieder aus Fleisch und Blut. Ich bin wieder aus Fleisch und Blut. Ja. Apropos, äh... Röste ich meine Kommentare, die mit der Charakter macht, oder? Ja, ich hör sie. Du hörst meine wahrscheinlich auch. Und mir ist aufgefallen, mein Charakter klingt wie ein... Spongebob, der 60 Jahre lang jeden Tag eine Schachtel Zigaretten geraucht hat. Ach, ich bin mir sicher, es gibt eine Folge. Und der Schlusswort Zigaretten geraucht hat. Ja, vermutlich. Es gibt sehr viele. 21 Blöcke gibt es hier. Spricht das eigentlich immer noch der, der selber? Ja, der, der ist noch am Leben und der macht auch Social Media. Wie ist der Santiago Cisma, oder war das... War das denn... Ja, er wirkt auch, er wirkt auch recht okay. Er wirkt halt wie so der nette alte Mann, der keine Ahnung von Social Media hat. Und von seinem Enkel irgendwie einen YouTube-Kanal aufgedrückt gekriegt hat. Ich seh den nur ab und zu mal, äh, regelmäßig in Interviews. Ein Liter versperrt auf den Weg und ein Kavalier steht davor. Ein Kavalier ist ein Pirat. Und alle zwei Monate macht er mal irgendwie ein Interview bei irgendjemandem. Und sagt, dass er Spongebob gesprochen hat. Von wem noch anders. Und dann ein Skelett-Pirat. Hast du die, äh, hast du die, äh, Videos von, ich weiß nicht, wie der Kanal, hier ist aber dieses, wo die ganzen, wo die ganzen Synchronsprecher erwarten werden. Also von dem... Nee, kann ich das vom... Du musst dir mal schicken, wie es wurde. Von meinen Leuten irgendwie, da sitzen und an den Stimmen irgendwie Synchronsprecher. Da habe ich irgendwie, da gibt's diesen... Weiß nicht, wie er mit Vordermeister, aber der heißt mit Nachnamen Meister. Und der hat, der hat, der hat gefühlt alles gesprochen. Der ist halt irgendwie seit, seit 50 Jahren im Synchronsprecher-Geschäft und der hat... Also, lebt der noch? Ja, der lebt noch. Aber der hat, der hat, der hat von, der hat von Meister Yoda bis zu... Der hat, der hat in einigen Animes mitgesprochen, der hat Jack Sparrow gesprochen, glaube ich. Der hat noch irgendwie... Der hat irgendwie... Der hat quer über die Genres, quer über den... Der hat irgendwie... Der hat... Wenn du mal seine... Seine Filmografie anguckst, der hat irgendwie... Der hat also... Es gibt kaum einen Film, in dem er nicht mitgesprochen hat. Das hat wirklich nicht in jedem... Nun, das einmal weißt, du kannst die Filme nicht mehr sehen. Du kannst nicht mehr... Du kannst nicht mehr Star Wars gucken, und dass du weißt, der... Ich singe hier nur noch auf Englisch an. Also, ich kenne keine Synchronsprecher. Du kannst ja jetzt nicht mehr angucken, ohne zu wissen, dass der... Dass der Typ auch... Die und die Rolle gesprochen hat. Das ist dann so... Ach, scheiße. Ja, positiv gesehen. Das ergibt... Er erfüllt sehr viele tolle neue Möglichkeiten für YouTube-Videos. Wenn du halt... Einen Charakter mit derselben Stimme... Andere selbst zu sprechen lassen kannst. Aber der kann auch seine Stimme so versprechen, dass es dir eigentlich nicht auffällt. Weil... Dass der selbe ist. Er ist halt... Richtig... Na ja. Der Synchronsprecher-Meister. Sein Nachname ist Programm. Das ist der Meister. Ja. Er hat letztlich alles gesprochen. Irgendeine männliche Stimme in irgendeinem Film... Ja, da hat er irgendwie... Das... Zu 50% Wahrscheinlichkeit, dass er sie... Ja, hat er sie gesprochen. Was müssen wir jetzt eigentlich machen? Finde Polis Teile, Polis Augenklappe, Polis Steuerklappen und... Polis Signalschnabel. Wir müssen Polis 1 Teile finden. Ich mach den Bosskampf hier hinten. Dieser Obelisk wird einen... Ein Obelisk schon wieder. Sehr schön. Mamba, hör auf, beschwören. Mehr hab ich mir dazu nicht aufgeschrieben. Einfach... Mehr hab ich mir dazu nicht aufgeschrieben. Ja. Fühlen wir. Oder? Beide. Siehst du mittlerweile an dem Punkt, dass ich auch super mehr kurz beteiligt soll? Einfach sagen. Ihr trefft den Drachen. Ja, muss... Es ist dann... Als andere passiert während der Runde. Ist dann... Nein, ich mein während der Runde ist gescheit. Ich kann nicht mal mehr sein. Nein, das ist nur noch. Ihr trefft den Drachen. Macht mal. Nee, das ist... Das ist faul. Ich nehme... Das ist faul. Ihr macht mal euer öffentliches Rollcaterin. Ich muss nicht mal mehr draufschreiben. Ein Opfer mehr für den Turm. Wir haben... Wir haben... Wir haben zwei Sets mit... Durch Barsteam und Saufen verbracht. Das tut mir leid. Hm? Ich muss mich mittlerweile nicht mehr drauf vorbereiten. Die machen das schon ganz wichtig. Wir sind auf dem Level, dass wir mehr Impotheater als andere machen. Schbieschirrache. Sind das gerade Landteile? Das sind Landteile. Und ein Hammerkopf. Mein Landteil existieren, dann gehen die. Ja, die Buletten existieren. Ich bin tot. Mach doch sowas nicht. Ich hab halt von hinten, ich wurde halt von hinten gefickt. Aber machst du nichts. Warum machst du sowas? Viel Spaß machen. So, wo ist der Große? Hier ist der Große. Genau da hinten. Hier ist der Brecher. Die Dörfer sieht interessant aus, aber kann sie auch was? 105, 102. Nur irgendwie Zauberbücher. Unfachbar. Verlangsamt verhindert. Ja, man macht halt keinen Schaden. Alle Waffen machen Schaden. Neinkampfangriffe erhöhen. Schadensreduktion. Ne, verursachten Neinkampfschaden. Man hat eine höhere kritische Trefferchance. Mhm. Auch wenn es weniger Schaden macht. Tust. Tust die Waffen mal aus. Das ist ja nur nervig. Und da kann Pfeffer. Ja. 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 Dann. Rechnung. Neue Rüstung. Plus 5,7 Nahkampf. Trefferchance. Ne, der Ball ist immer noch mal die. So, wo geht's weiter? Das sag ich dir gleich. Moment. Okay, was denn hab ich? Ich hab grad nebenbei den Würfelguide offen. Wenn wir eh schon in den Regionen sind. Dann kann ich mich da drum kümmern im Hintergrund. Mhm. Und nochmal sowas wie vorhin machen wir nicht. Ich mach das nebenbei. Aber gut, dass wir Splitsköniglich abgeschlossen haben. Das wir da eigentlich noch mal hin müssen. Ja, exakt. Wie gesagt. Eigentlich würde ich das gerne nebenbei machen. Aber da sind wir halt jetzt zu spät dran gewesen. Habe ich zu spät dran gedacht. Die Pilzkönigreiche sind so ein bisschen. Sind irgendwie immer merkwürdig. Ja, die sind nervig. Das Pilzkönigreich in Battles G3 konnte ich auch nicht leiden. Ja. Du meinst das Underdark? Ja. Ne, ich mein das Pilzkönigreich im Underdark. Ja. Ja. Ja, ich meinst du das kleine Dippchen da, oder was? Sie können die Filze nicht leiden. Was haben die Filze nicht leiden? Was haben die dir getan? Aus Prinzip. Ziemlich starke Kämpfer, wenn man die herausfordert, dann ist das eine harte Nummer. Ja, du sollst dich auch nicht herausfordern sollen. Den einen König töten will den anderen. Auf immer wiedersehen. Dann ist gut. Wenn man das versucht, dann sind die ziemlich... Die sind harte Kämpfer. Du musst nur den König töten noch reichen. Die haben eigentlich geklappt. Warum laufe ich auch direkt rein in das Fass? Ich weiß es nicht. Kein Gegner hier. Du stirbst wie ein Geek da vor dir gewesen gerade. Tja, toll. Habe ich nicht gesehen im Schwarz-Weiß-Filter. Oh, da oben auf dem Mast ist etwas. Wie zum Fick komm ich da hoch? Ich muss erstmal den Brecher besiegen. Ich muss erstmal den Brecher besiegen. Uaach. Warum, was hat dir der Brecher denn getan? Er existiert. Oh Gott. Rund genug. Hm. Und den Weg da hoch zu kommen. Ah ja, hier gibt es noch einen Strudel. Ah. Das ist Pollys Augenklappe. Paradoxerweise hilft sie hier zu sehen, wo es lang geht. Aha. Ich habe jetzt Probleme mit einer Verfluchtenklappe. Ich darf es gerne kommen, wenn ich sie nachfüße. Ein Kohlfresser. Ein Kohlfresser. Ein Kohlfresser. Na, Kohlfresser hat wahrscheinlich was gegen Mönche, weil immer sein Kohl-Wagen gespuffen wird. Ne, die riechen nur nach Käse. Die Mönche. Käse-Mönche. Gut, ich will eine Avatar-Anspielung machen. Du wirst die Fallen in 3. Oh, okay. So leicht kann man mich nicht aufhalten. Wenn du das R-Band überhaupt verdienen hast. Wenn nicht, wäre schade. Aufheben, bitte. In den Borderlands-Anspielungen waren... Ne, aber die hinter ist. Und Nen Avatar habe ich auch nicht geguckt. Was ist denn mit dir? Guck dir das an, das ist super. Da kam ich noch nicht dazu. One Piece habe ich auch noch nicht geguckt. One Piece ist schwierig. Das gebe ich dir zu. Das gebe ich dir. Ja, ich auch nicht. Das muss mir aber für... Das muss mir aber noch unbedingt ein Instrument von ARK ansehen. Weil das relevant ist für Dinge. Glaube ich. Ich habe mich auch nicht verpasst, worüber ich rede, glaube ich. Ich habe mich auch nicht mit dir. Ich habe das nicht mit mir gezogen. Ich habe zu Ende. Ich habe das nicht mit mir gemacht. Ich habe den quarrelten. Wo kann man eigentlich diese... kommt die auf Netflix oder wo kann man diese... die Neufer-Filmung wissen? Die Realserie kannst du auf Netflix sehen. Du musst mir mal über meinen Team Netflix holen. Was kostet das so aktuell? Kommt drauf an, ich glaub für Neukunden kannst du immer noch mit 690 gehen für einen Monat. Und für spätere Kunden? Keine Ahnung, ich glaub ich bin bei 13€ aber ich hab auch das größere Abo. Ich bin tot. Das ist schön, ich auch. Ich habe den Hammerkopf. Ich habe den Hammerkopf und ich weiß, was ich ein Hammerkopf schade? Ich habe den Hammerkopf. Ich habe den Hammerkopf. Ich habe den Hammerkopf. Das ist jetzt wirklich ... vom Zeige und keine defense. Es gibt keinen mehr mehr, was mir wohl getötet hat. Das ist auch eine andere Erzählungsweise von Ariel. Da wurde das Meer ausgerollt. Sie hat sich gewünscht, dass sie nicht mehr unter dem Meer sein sollen, wo das Meer einfach ausgerollt hat. Ja. Alternative. Das lustige ist, die Meerhexe hätte das wahrscheinlich lieber überlebt, weil sie hat Zentakel. Und das heißt, sie ist auch aus. Das heißt, sie braucht nicht schwingend Wasser. Außer hin und wieder mal befeuchten. Nö. Können wir mal ne... Können wir mal im netten Netflix pitchen. Ja, aber dann wird doch jeder einzelne Charakter als... Als homosexuelle Frau gecastet. Außer der Böse, er ist natürlich ein alter weißer Mann. Meister. Und ja, Netflix ist da mittlerweile sehr schlimm. Natürlich. Und das sind sogar eh viele. Jeder ist eigentlich schlimm. Ja, aber die Leute, die sich darüber aufregen, das ist auch mal... Es ist dann... So stimmt es dann auch wieder nicht. Meistens ist es sinnlos, aber manchmal ist es wichtig. Oh mein Gott, Schneewegchen wird von... Auskost aus 2016, sag ich, oder? Oh mein Gott, Schneewegchen wird von Rachel Sengler gespielt. Mir kann sie nur. Da war das Problem, dass sie anscheinend persönlich recht schwierig ist. Doch nicht die Rolle. Ja, das Problem ist, dass die neuen Disney-Verfilmungen alle scheiße sind. Aber das ist ein grundsätzliches Ding. Ja, das sowieso. Also, ich finde den Tag halbiert, dass man die Zwerge durch... Nicht weiter definiert wird von Fantasien-Kern-Söhnigkeiten. Mit jeder Art der Witz. Ich meine, man könnte sich jetzt doch aufregen, dass das... Das ist in der Beschreibung von Schneewegchen drinsteht. Die Raut, das weiß wie... Wie Schnee, aber... Das ist dann... Den Teil kann man auch gerne eben werden. Aber du musst halt nicht zwingen. Die Zwerge durch solche Versionen von Zwergen gefetzen. Packt ihnen ein paar dickere Bärte an und sag es ihnen die Zwerge aus der Herr der Ringe und jeder ist zufrieden. Aber wie man... Aber wie schon der Film hier... Erstmal so ein Film irgendwie... Schneebittchen in echt irgendwie... Das ist irgendwie so eine... Das war irgendwie so eine halbe Parodie auf Schneebittchen, wo schon gesagt wurde... Wo die böse Königin hat dann den Spruch gegeben... Natürlich ist ihre Haut feist wie Schnee, weil sie... Weil die... Das Mädchen war noch nie draußen. Natürlich ist die... Sie hat ihr ganzes Leben im Schloss verbracht. Oh Gott, der Fell. Ich erinnere mich. Ich hab den so oft gesehen. Ich hab den so oft auf Italienisch... In einer italienischen Eisziele im Urlaub gesehen. Jetzt mit der Königin... Der war... Der war nicht schlecht, aber... Der war nicht schlecht. Der war ziemlich lustig. Zumindest damals. Da sind die Zwerge auch sehr originell dran. Also das ist die... Die Zwerge... Die... Die riesen Zwerge... Die da... Die Zwerge, die sich jetzt riesenverkleiden... Auf Stelzen rumlaufen... Das ist... War schon... War auch nicht schlecht. Ja, und dann gibt es noch diesen... Bunchen-Ding... Der einfach nur... Danke für die umarmten Tod. Das müssen wir einmal wiederholen. Ich mag seine Schuhe... Und wenn sie nicht trägt, ist sie fett. Der auch wegen... Die Konflikte hat... Oh ja, das ist... Das kenne ich... Da kenne ich irgendwas... Da war ich da... Da hab ich mal Dipp von gesehen. Exakt! Ich bin... Ich weiß nicht... Wie dieser Film heißt... Aber ich würde ihn sehr gerne sehen. Ein Womokulus... Aha... Lass ich dich nicht aufhalten! Klatsch den Schnabel dran! Ja, ich hab endlich ne gute Waffe bekommen. Aha... Schön für dich. Endlich mal was ordentliches hier! Und ich mach jetzt... Wenn ich mich bewege, mach ich mehr Schaden. Da ist sie! Ja... Da ist sie! Okay... Weißt du was an der Waffe hier super cool ist? Die Munition... Das ist eine von denen, die überhitzt. Das heißt, ich kann jetzt... Tatsächlich sehen, wie meine Munition regeneriert. Richtig. Interessant. Ich bin bei einem Schuss... Ich hab Volli in den Suchen gebracht. Ich hab Volli in den Suchen gebracht. Okay, ich muss meine Stimme wieder... Fomunculus. Bist du bereit, dich erneut meiner Mannschaft anzuschließen? Ah, Volli ist zurück von den Toten! Wofür ist dieser Fomunculus? Volli ist mein Navigator! Wenn wir Le Chans angreifen und das nörderliche Tor öffnen wollen... ...werfen wir die Hilfe meiner alten Mannschaft! Finde sie, Volli! Spüre sie auf! Spüre sie auf! Moment! Wird dir die Monkey Island Anspielung jetzt erst bewusst hier? Oder? Ja, nein, Heiner hab ich's nicht erkannt. Nicht an dem Namen von dem Typen! Fasten, der... Bones Treewood... Ne, den Namen hab ich nicht gesehen. Wir laufen mehr als Waffen und Schiffer, um ihn zu besiegen! Gut. Auch ein Grund, warum ich das Spiel nicht spielen wollte, weil es sehr viele Anspielungen hat, die tatsächlich für uns relevant sind. Im Gegensatz zu... Influencer. Was gerade die Zusammenfassung von Borderlands 3 war. Influencer. Das ist eine sehr gute Zusammenfassung. Nein, das ist mein erster Maat und seine Kumpanen! Sie hören dir erst zu, wenn nur eine Schläger ist! Hast du überhaupt die... ...die... ...die... ...Monkey Island-Teile gespielt? Oder... ...kennst du's nur vom... ...vom... Ich hab den dritten. Ich hab den dritten gespielt, die anderen kenn ich aber. Den dritten? Welchen dritten? Den richtigen dritten oder den... Curse of Monkey Island? Curse of Monkey Island natürlich. Den guten. Und das den schlechtesten gespielt? Äh... Nein, das ist... ...der... ... zumindest zieltechnisch beste. Definitiv. Einfach. Piratenregel 27b. Verschütteter Grog muss hier auf werden. Mach deine Taten ab. Ja. Du findest... Du findest... ...die dritten Teil findest du am besten... What the fuck? Ich mag die... Ich mag die alten nicht so besonders... ...gern. Das ist eindeutig das Schlechtere von... Wir reden nicht von Teil 4 und 5, die sind die 10 nicht. Aber die... Das... Das Telltale-Spiel war auch besser als seine Wurst. Äh... Teil 4 und 5, das ist ähm... Ähm... Ne, das ist... Die sind scheiße. Aber Teil 1 und... Teil 1 und 2 sind generell... Teil 4, dieser weirde 3D-Teil war... ...wirklich scheiße. Ähm... Der Telltale-Spiel-Teil war gut. Weil wir gerade herausgefordert wurden zu einem Duell! Wer beleidigt! Bin ich nicht der Meinung. Es war auch nicht... Es war nicht scheiße, aber... Es war... Für die Reihe war es nicht, dass da... Wir brauchen Optionen. Das dachte ich... Ich dachte auch lange Zeit... Da finde ich den... Da finde ich den... Der schlechteste Teil ist es nicht, aber der... Der schlechteste Teil ist 4 und 5. Und 4 und 5, aber... Deine Mutter ist vermutlich eine bezaubernde Dame. Hast du jetzt was ausgewählt oder was? Mh... Niemand redet so über Depression! Oh! Die Klassikil holen! Oh! Na toll! Und wie gesagt... Ich finde den... Neuesten Teil auch wirklich scheiße. Ich finde Return to Monkey Island ziemlich gut. Der... Der ist ein guter... Der ist ein guter... Der ist zu Recht ein... Ein guter Ersatz für... Für... Für 3-3. Es ist kein Ersatz. Alles andere ist immer noch Canon. Offiziell. Der... Der heißt... Ne..... Ich finde die Teil 3... Musste dir nicht zustimmen... Das Ende ist für... Das gebe ich dir, aber der Rest... Teil 1 und 2 finde ich sehr gut also... Die sind nicht gut gealtert, finde ich. Kann sein, aber was ist schon gut gealtert? Deine Mutter. Das stimmt absolut nicht. Was schon immer alt war, kann auch nicht schlecht werden. Ich würde sterben für einen Kampf. Das kapiere ich nicht. Das ist dafür, dass ich dich anschauen musste. Bevor der Ozean gesprengt wurde, war Potplünder eine kleine Piratenstadtinsel. Von Meeresgrund aus betrachtet ist sie ein... Jetzt hängt sie aufgehängt an einer. Eine ganze Piratenstadt? Finde ich super. Wieso stehst du so auf Piraten? Sie sind so frei. Sie segeln mit ihren Schiffen von Hafen zu Hafen, müssen sich von niemandem rechtfertigen und streben einfach nach Reichtum und berüchtigt sein. Machen wir das nicht auf, nur in all... ...Piraten. Dann sind die auch noch Kapitäne. ...Piraten. Jetzt dreht er völlig durch. Wieso habe ich eigentlich eine Ritualkreise? Wieso haben Sie mich? Sie sind eben auf passive Fähigkeit, die Mo hasst wahrscheinlich. Wo ich lande, wächst kein Graf mehr. Dann wird es so nicht gewaltt. Nun hat wahrscheinlich eben einen Stillpunkt. Ich danke Ihnen. Du bist aber auch nicht. Geht, das ist nicht so gut. Warum? Wenn neue Power die ich ausgewählt habe, die finde ich nicht so toll. ja ich bin auch äußerst enttäuscht von meiner ich nehme den anfang den mann schaden die fähigkeit die ich ganz am anfang hatte die der ist immer noch der geist das ist das beste tod ist so gut zu dir anfang und schiss nicht abend machen oder was hier mit dem das ist ein fröhlicherer naja 164 mal hier eine waffe das ist nämlich ordentlich schaden klingt nach ordentlich schaden erhitzt sich und ist irgendwann kaputt muss man ausprobieren ich mache keinen schaden mit meiner waffe was zum ficken ich kann keinen schaden mehr machen an irgendwas what the fuck dann nimm eine andere waffe ich kann auch mit anderen waffen keinen schaden machen nur nahkampfen noch ja exakt wirklich guck gerade mal schaffst du mich gerade also mit der hier mache ich definitiv keinen schaden mehr das klar ist nicht denn er ist spielt so verwacht dass du es nicht mehr weiterspielen können oder was okay die sniper ist okay die sniper funktioniert nur die cool wo ich mich gerade mal gefreut habe die ist nicht mehr zu funktionieren so wirklich cool oh hier ist ein würfel ein würfel ein würfel ein würfel ich hätte lustig gefunden wenn sie seinen originalen synchron sprecher hierfür verpflichtet hätten ich so aus wir schließe euch nicht alle kapitän also verpässt euch hier schiffsjonger sing weiter lebt ja noch der hübschon spricht auch in der schad der war im turn of money island dabei also von mutlich ja piraten regel 81 d bringt jemand einen ballon zum platzen ist er des todes wir haben sehr gut den satz gefunden ich habe keinen unterschied gemerkt das kann sein ich meine mal gehört zum dass der tot ist oder nicht dann werden sie halt einen guten impersonator gefunden haben ich weiß es natürlich nicht was mach ich denn jetzt hier drüber und darüber müssen wir ich kann nicht schick diese waffe nicht mehr benutzen lassen dann schmeißt sie weg wenn eine andere waffen auch benutzt sie gar nicht oder meinen die damit dass man das hier geht und wenn sich einmal erhitzt hat kann man der perna sagen als plan ach das ist eine erhitzungssoft vielleicht hat sich erhitzt und ist das ein kaputt das kann ja sein ich vermute das aber das wäre richtig scheiße du musst wegschmeißen und einen anderen nehmen ich habe gerade mal hier ausprobiert ich bin zum plump ja die ist kaputt offensichtlich dann ist das vielleicht so dass die einfach erhitzt und es danach nicht mehr das ist ja so eine dumme scheiße dann nimm eine andere waffe ja cool dann habe ich nur sniper toll danke für gar nichts scheißspiel ja das ist ach das finde ich halt game design mäßig schon wieder richtig dumm und scheiße ich treffe den gegner nicht geht es denn jetzt eigentlich weiter ich bin ja komplett anders da waren meine besten kniehosen drauf neue rekruten zeigt diesen gemeinen planken wackeln woraus eure holzbeine gewachsen sind wo bist denn du jetzt eigentlich ja ganz oben in der stadt logischerweise ich habe jetzt versucht auf den mast zu klettern irgendwie du bist in die stadt hoch gekommen indem ich hoch gesprungen bin ich komme dann auch mal ich gehe einfach in den nahe kampf also da mache ich zumindest noch ein bisschen schaden ich finde es Junge du bleibst hier ich erteile diesen feigen steinküssen eine lektion jetzt Mannschaft gegen Mannschaft nächst du wirst du sicher zwei genieß die Auszeit geh mir eigentlich genieß die Auszeit Manche Kuchen ist recht süß denn das weiß ich komme Munition, ja. Ja, das ist schön. Toll, ich hab jetzt das Auswahl zwischen Sniper und Sniper. Was möchtest du nutzen? Dann nämlich Sniper. Danke. Für gar nichts. Ach so, ich krieg diesen... Ich komm mit dem Charakter irgendwie nicht zurecht. Ich komm mit dem Du kriegen nicht zurecht, meine ich. Ja! Bon voyage! Liebe Johnny, run! Oder schreist ihr Pocken über selten Harunken. Wir schließen uns wieder Three Woods Mannschaft an, bevor noch jemand ernsthaft verletzt wird. Haha, ich habe meine Mannschaft wieder! Jetzt zu unserem Schiff! Sie ist das gedeste Holzfreulein, das hier über die Buttersegel gelitten ist. Holly, such das Wrack der jauchzenden Jungfer! Jungfer finden! Jungfer finden! Jungfer finden! Wir haben uns in den letzten Minuten echt gut kennengelernt. Hier ist also meine Leidensgeschichte, wie ich in die Tiefen dieses ehemaligen Ozeans gelangt bin. Ja, her mit der Piratengeschichte! Toll, ich kling mich dann kurz auf! Ich war der wildeste Piratenkapitän der Buttersee! Ich hatte ein gutes Schiff, eine treue Mannschaft und die wahre Liebe! Aber ich habe alles verloren! Das war's? Du hast den Fluch gar nicht erklärt! Oh, meine Piratengeschichte ist dir wohl nicht gut genug! Vergessen wir das einfach, du Landratte! Ha! Siehste, sie hat nichts! Sie vergisst immer ihre Charakterstimme abzulegen, wenn sie verzweifelt nach anstelligen Motiven sucht! Ich habe ein verpacktes Quest-Symbol auf der Map, ich kann nicht sehen, wo es weitergeht! Dann folge mir! Oh, hier ist Griffel! Dann nehmen wir mit! Puls! Guck mit Sicherheit, Kämpfer! Ich brauche mal jemanden der Snipert! Ähm... kenne ich die? Egal! Wie ist das schnell kommt gekommen? Oh, ich hab's gekickt gewesen die Große! Die Kohle! Hey, ich brauche mal Unterstützung! Wollte, wenns geht! Ich gebe mein Bestes! Wenn man so näher ist und Scheiß! Dachtest du wirklich, du könntest mich ernten? Falsch gedacht! Die sind echt hart. Keine Munzion mehr. Ich bin hier am sterben. Ich bin tot. Ich komme gerade. Eher ein, was wärend, Silangio? Alte Gewohnheiten kann man wohl nur schwer ablegen? Oh nein, viele kleine Gegner. Ja, übrigens, ich habe wieder dieselbe Waffe aus irgendwelchen Gründen gefunden. Die war einfach nur verpackt davor. Mein kleiner stellvertretender Todbringer. Tja, zumindest habe ich jetzt wieder eine brauchbare. Das Quest-Symbol ist hier. Wo ist das Quest-Symbol? Ah ja. Ganz woanders. Hm, schlecht. Okay, das ist schon das Bessere. Ich nehme mal dich als Ersatz mit. Ich weiß nicht, was du da hast. Ich schweige. Oh, das ist ganz schön mitgenommen. Cool. Oh nein. Ach, das ist Schrott. Noch was für meine Schrott-Sammlung. Meines? Oh no. Oh, das ist ganz schön mitgenommen. Du bist nur so gut wie deine Klinge. Gute Zauber-Sachen. Wir sehen uns wieder! Hm, 300 Schaden, das ist doch eigentlich ziemlich geil. Ja. Bereich Schaden Radius. Wow. Okay. Das müssen wir ausprobieren. Bereich Schaden Radius habe ich glaube ich auch. Ist ganz cool, das ist ein Nahkampfangriff. Dann. Oder meinst du eine Waffe? Nicht den Zauber. Die Waffe hat Radius. Achso, dann ist es eine Sprengwaffe. Aber die macht ganz schön viel Schaden. Jep. Hier. Das passiert jetzt nicht. Ich meine, das ist doch schön. Kann ich, ich komme endlich in die Richtung von Nahkampf. Ich bin halt erschreckend, wen ich bin schockt ganz. Ein Donnerfresser. Toad mag dich? Ja. Wer wusste hier so? Du. Ich bin so schnell. Ich bin so schnell aus. Ich bin so schnell aus. Oh, ich bin so schnell aus. Ja, ich bin so schnell auszutreten. du bist hier also irgendwie hier gelang oh ich bin irgendwo ich bin auf der Tracks ich hab ja kein Quetz Symbol mehr auf der Map das ist merkwürdig ja wie gesagt es ist bei mir verpackt das ist nicht das einzige was verpackt ist heute ich habe Schlangenmenschen gefunden warum hast du das ich weiß es nicht ich bin hier lang gesprungen und da waren da Schlangenmenschen kann ich einen Marker auf der Quest markieren ja vielleicht möglich kannst du den sehen den ich gerade platziert habe ja da ist der Questmarker wo meine Markierung ist sehr gut ich habe meine violette Markierung auf der auf dem Questmarker platziert damit du das auch siehst schwitzt es bei dir sehr schön ich habe hier ich habe hier das Sidequest soll ich dir kurz mitnehmen ich bin hier mal mit so du hast keine Ahnung wie ich da hinkomme du bist so nett meinetwegen anzuhalten hier ist eine Steinmauer am Weg jetzt nicht mehr oh oh das sieht nach Postkampf aus schlange komm nein nur neuer Bereich die ganze Zeit Oh, ich seh schon. Sehr viel Wasserrutschen. Wir spielen also Sea of Thieves hier. Das Flut der Karibik-Ding. Erinnere mich nicht daran. Das war so enttäuschend und so verpackt wie so. Das war trotzdem nicht so enttäuschend wie das Monkey Island-Ding. Nur das Monkey Island-Ding war sehr gut. Die Story? Ja. Das Gameplay? Weniger. Wobei, die Story war auch nicht so gut. Die hat natürlich Anspielungen. Wir müssen dann bald mal wieder zu einem Skin-Automaten. Ich hab einige Skins geholt. Ja, ja, gut. Ich hab auch wieder Prost bekommen. Ich bin tot. Viel Wunsch. Ich bin nicht mehr tot, mein Pilzgerber irgendwas getötet. Oh, dann muss ich wohl noch etwas leben. Wieso ist meine Kraft eigentlich so lebensmüde? Ja, du hast Grimm als Stimme ausgewählt, das heißt. Ach so. Die war, glaube ich, eine DLC Stimme. Okay, und wo ist jetzt der Fest zu? Ich kann es dir nicht sagen. Ich hab hier eine Kanone. Oh, ich glaube, dein Quest-Bug ist wieder da. Besiege Deckhans den Steuermann. Ich war schon gut dabei. Ah, und hinten ist ein Würfel. Den nehme ich auch kurz mit. Moment. Ach so, er ist nicht er hier. Ich hab einen Steuerrad gelootet. In diesem Zustand können wir nicht segeln. Nimm das Steuerrad. Ich hab einen Steuerrad. Hm, warte mal einen Moment. So. Glanzvoll, Baby! Gibt nur ne Rüstung. Ich kenne die ganzen Sachen schon. So, jetzt kann ich das reinmachen. Das ist Higginsworth, der Bootsmann! Gibt nur ne Rüstung. Gibt nur ne Rüstung. Ja, der hatte nicht viel Schuss. Ich kann ihn noch hören. Mhm. Hm. Äh, ist die Flagge wieder unter Deck gespawnt? Ja. Ja. Okay. Gut geplündert, Mannschaft! Pissen sie hoch auf den Mast und lasst sie im Wind tanzen! Vorsicht vor dem zweiten Markt! Der zweite Markt! Die furchteinflößende Schwertschnauze der jauchtenden Jungfarr! Platziere sie mittig vorne am Buch. Sie sieht so gut aus, wie eine Dame nur aussehen kann. Hierher! Wir machen die augsten Jungfer wieder gefängstauglich. Ein Schiff hat so wie jedermann eine Seele. Und ich übe mich in Deckromantik. Es wird sein, diese hölzernen Knochen wieder tanzen zu lassen. Oh no. Ich hebe nicht. Wir müssen jetzt die Hölzer in die Lücke im Ohr heben. Jo, guck mal. Hast du irgend so ein Kran hier? Das schöne Schiff mit starkem Mast. Ho, wei, ho, allermann an Deck. Kanonen bereit macht euch auf was gern passt. Die jauchzende Jungfer, die schlägen nie lecken. Irgendwann Kran. Oh. Das ist hier hervorwogen. Mit Mannschaft und Schiff könnten wir uns endlich zurückholen, was wir verloren haben. Holen wir uns ne Chance. Holly hinterher. Sie zeigt sich zu seinem Schiff. Der bösartige Grise. Segel setzen. Ist es nicht eher ein Geisterpiraten-Zombie-Geschiff? Okay, was ist hier genau los? Denn Schatröse hat dich definitiv gerade Blast-Freewood genannt. Du verdienst die ganze Wahrheit. Eine Piratengeschichte lässt sich nur auf eine Art erzählen. Ein Stück voller Musik und aufwendiger Exzenierungen. Alle auf ihre Plätze. Ich mach mal ne Pfanne. Glaube ich nicht. Oh mein Gott. Nein. Ah ja. Es wäre cooler, wenn man tatsächlich das Fahrzeug benutzen könnte. Das Lied hörst du das auch. Sehr leise aber ja. Es ist Venomar. Das ganze Land haben wir erst unsere Busse getan. Dann stehen wir auf und gehen. Und zwar ist der Schiff. Der Puttussi. Ja, ist ein gutes Lied. Kann man nichts sagen. Schlecht gecovert. Oh nein. Ich ging einen Takt mit dem Teufel ein. Nun lebe ich ewig ohne Haus. Lad meine Knochenjungs raus. Oh ja. Ich hab ihn mit der ewiges Leben-Flunkerei drangekriegt. Funktioniert immer wieder. Missratene Seelen klammern sich immer an schlindende Erinnerungen. Oh je. Ich kling ja fast wie Sie. Charlie konnte mir nie verzeihen. Er und seine Männer haben die aufzende Jungfer versenkt. Meine Mannschaft zerschlagen und mich der Vergessenheit überlassen. Das ist die Wahrheit. Ich bin schuld, dass sie verflucht sind. Die Lass noch meine klochigen Schultern will. Wie ist das geschafft? Sorge fasst. Es ist immer ein Sorge. Warum kriege ich nur Sniper? 304 mal 2. Die Wumme als Power. Was ist so viel? Ich hab keine Sache. Ich krieg wieder ne ranzige grüne Sniper. Ich hab keine Jahre hier geschlagen. Das ist so groß nicht. Ich hab keine Gleis. Ich hab keine lager von einer Kanzlei klawiert. Du kannst mich später dann. Okay? Ich hab die Gleisung durch. Vielleicht ein Gleisung durch. Ich hab die Gleisung auch ausgegeben. Das heißt, wie wir alle Gleisung haben. Die Gleisung haben. Ich hab die Gleisung hier. Ich hab die Gleisung durch. Du kannst mich später danken. Okay? Die Gleisung ist nicht recht. Das ganze Fleisch macht nicht so gut. Wow, ok. In der Munition mehr? Ach ja, richtig. In meinen Opfern. Die Waffe hat sehr wenig Schuss, aber dafür kann sie ordentlich verlangen. Oh, ich habe eine Haftungsgranate. Haften oder Aufprang. Der Schicksalsbringer durchstreift das Land und versucht zu reparieren was zerbrochen müssen. Jeder Schritt offenbart eine neue verlorene Hoffnung. Die Aufgabe scheint unüberwindbar. Aber ein Held muss immer weiter. Hier ist es. Hinter diesem Wald liegt die bösartige Brise. Lasst uns ein paar Lupen zerfetzen und Balken zum Gersten bringen. Feuer! Feuer! Wo geht es jetzt lang? Nach oben. Ich bin versehentlich richtig gelaufen. Oh, hier. Die Leiter. Oh Gott sei Dank. Wie komme ich da jetzt hin? Kann ich dir nicht sagen, aber ich muss sehr viele Waffen verkaufen. Oh shit. Hier. Wie er das denn leisten kann. Das ist dein Ding? Ja, das Deodorant des Hixers. Aha. Die macht zumindest okayen Schaden. Deodorant des Hixers? Hm. Aber ich hab nicht viel Geld. Die ist nur noch... 10 Minuten oder so verpflichtbar. Ja. Wo hast du das denn gefunden? Ach, das ist schwarz. Lass mich mal weg. Ich hab meine Goldene Waffe verkauft. Das kann ich gebrauchen. Das ist Deiner, also fühl dich frei. Wie hast du das denn gefunden? Ich hab schon bessere Waffen. Ja, sofort. Geh her. Wir haben sehr viel bessere Waffen. Ach, das ist ganz schön mitgenommen. Ach, das ist Schrott. Nehme dich. Gleich mal die Schmelze anwerfen. Meines. Gleich mal die Schmelze anwerfen. Tja, jetzt gehört es mir. Guck. Ich guck's. Ich guck's vaulich. Am hin zu mir ist. Du wirst nicht... Wenn du die Schmammel geschlafen. Bist du... X. Oh, Sie ... ... ja gut gehen wir weiter brauchst du einen anhänger mit legendären anhängern status effekt schaden und schützkapazität prinzipiell warum nicht der besten grünen drin aber der macht der macht nur schuss schuss nachladegeschwindigkeit das alles wenn du den besseren sich das jetzt gegen 6 jetzt viel plus 4,6 schusswaffen nachladegeschwindigkeit 4,6 prozent das 4,6 prozent schusswaffen nachladegeschwindigkeit es ändert nicht wirklich was soweit er geht es weiter in diese richtung ja jetzt sieht nach einem bosskampf aus kommst du mit hinter dir ja sieht nachher genau aus ist ein bosskampf nächsten bereich besiege der chance ich brauche noch eine idee für den zweiten kontinent in meiner in meinem die universum wüste meine idee ist dass da das hier da das ja aus das ist ja so ein bisschen auf dass das die origin auf der welt ja amerika ist dass das wahrscheinlich so ein teil von ursprünglich amerika weil das ist aber stattdessen einfach europa nimmst ob ich erst die frage ob der kontinent ob der kontinent auf der anderen seite des großen gewässers ob das ist ob das osteuropa ob das ob das eher spanien ist oder ob das japan ist ob das in die richtung überhaupt verstand hier kennst du dich mit japan aus mehr als mit spanien wahrscheinlich mehr als mit portugal in spanien nimm einfach deutschland aber ich habe die chance aber die chance dass man mal was 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 deutsches und oder was französisch oder was mitteuropäisches machen kann ist so dass wenn es der richtung spanien geht es viel besser anderer setzt man noch man sagt ostdeutschland osteuropa hat man damit japan russland china hat man und zweit machst du einfach den klassiker und sagt das ist eine verbindung aus allen davon also es sind teile von spanien teile von keine ahnung russland und so weiter alles in einem in eine masse gemischt da könnte man was draus machen so ich bin wieder zurück ich auch aber jetzt chance ist gerade untötbar irgendwie ich mag dem gerade sehr viel schaden wieder am sterben wir haben einen kleineren Gegner, wenn ich das in der Nähe es gibt ja auch keine kleinen Gegner doch hier Zeit für die Gefallen zu erwidern Ja, aber manche von denen sind das Unterleiter und weiß nicht Könnte ich mal nicht mal einen Kriegsbekerker leiden wie ein Boss geworden? Nein Stacke Nur noch ein Balken Kann ich jemanden Kriegen hier oder mit? Geist Na komm, er ist gleich tot Was hat bei dir gerade probiert? Mein Handy Hat man gehört? Passiert Oh, ich habe er ist tot Oh, eine goldene Waffe Wow, cool Das ist 160 Darf ich die haben? Ich habe nämlich wirklich nicht Ich habe eine Fedelkappe gefunden Ich kann dir eine Sniper geben Mit 250 Schaden Die behalte ich schon Nein Das Schwert ist das Schwert Was den Himmel durchbrechen würde Aha Es sind Nahkampfwaffen wie möglich Dass ich nicht klar denken konnte Meine Klasse operiert auch Nachkampfwaffe Ich bräuchte das tatsächlich Die hab ichけどootet Du kannst eine Ich kann dir die hier geben Die behalte ich schön Du kämpfst nie mit Nahkampfwaffen Ich kämpfe nur mit Nahkampfwaffen Du kannst deine Fischpistole wieder zurück machen Ja toll die bei mir nicht ordentlich funktioniert meinst du Weil nichts hier ordentlich funktioniert Schicksal 1 und Du findest den Schlüssel zum nörderlichen Tor in meinem Verständnisworte Du kannst ihn gerne plüten Ich habe alle Fätze die ich brauche Und pass auf Polly auf Vorwärts Es wäre echt gut Wenn wir morgen zu Hause wären Es wäre echt gut Unsere Liebe wieder zu sehen Und das Tor ist offen Nur Scheiße hier Nur Scheiße Du wolltest dass wir geteilten Loot machen Wir haben keinen geteilten Loot Sonst wäre die Chance noch geringer Dass wir überhaupt irgendwas Gutes kriegen Boah aber das nervt mich schon ein bisschen Ich habe in der Waffe Ich habe in der Waffe Blutschuss des Künstlers mit 112 Schaden Die kannst du nicht gewöhnen Ja ne das einzige was ich an brauchbaren Waffen Hab ist Der eine Sniper und die macht nur 250 Schaden Also weniger als deine Schwächste Ich habe einige von Eine gute Waffen hier Keine Ende mit 250 Schaden kann ich dir geben Mit Sniper Ja komm Ein Waffenwitz Gut dann spiele ich halt auf Sniper Und ist die komplette Klasse hier für den Arsch Ja Alles klar Ne nochmal hier in 39 Kannst du mal über die 12 Toll Such dir einen aus Mach ich auch Ich schnell reiß mal eben kurz Moment Vielleicht reicht es ja für die Gute Wir haben es bis in die oberste Ebene des Meeresbodens geschafft Aber jetzt liegt der dunkelste Abgrund vor euch Letzter Waffen ist glaube ich freigeschaltet Juhu Kann man jetzt ein neues Gebiet oder Müssten wir So jetzt kann ich mir zumindest die hier holen In die oberweit geht es jetzt hier Kannst du mal aus deinem Menü rausgehen Jetzt ja Jetzt dann mach mal hier für heute Schluss Du wolltest noch unbedingt in die Hauptstadt Für deine Skinautomaten Aber jetzt nicht mehr weitere Quests Wir haben jetzt Wir sind schön in die oberweit gekommen Da können wir jetzt nochmal Ah ja Wo geht es denn in die Hauptstadt Hoch Und hier verändert sich die Farbe Ja Ich bin hier Hier Ich bin hier Und hier Ich bin hier Ich bin hier Ich bin hier Wie hieß das nochmal auf Deutsch? Hm? Wie hieß das Ding nochmal auf Deutsch? Was denn? Keine Ahnung. Glaubst du nicht, pass auf? Nein. Schade, dass wir das Schloss nicht besuchen können. Kommt am Ende. Das ist Late-Game bzw. Post-Game-Content. Wir machen ja noch die DLCs. Ah, Verbindungsfehler, cool. Großartig. Naja, wir werden eher aufhören. Ja, dann geh ich halt so jetzt nochmal in die Hauptstadt. Oh. Ich bin am Ufer. Im Wasser. Ja, ich spiel dann noch ein bisschen weiter, hol mir alle Würfel, hol mir dann alle legendären Waffen und dann können wir beim nächsten Mal weitermachen. Die wahrscheinlich trotzdem eh schon nur unter der Welt sind. Ja, das sowieso. Du bist schon auf Level 40, damit ich dir dann unterliegen bin. Und dann die Gegner scalen, kriegst du dann wahrscheinlich alle Gegner Level 34 oder so. Ja. So ungefähr. Sollten wir mal probieren. Ich hab durch reines Ein-Gegner-Grind. Dann lass mal lieber. Das fände ich nicht so toll. Ich level schon noch ein bisschen hier. Ich bin ja sowieso eins hinten dran. So komm ich jetzt hier hoch. Da ich sowieso langsamer Level werde ich wahrscheinlich zwei oder drei überdicht gehen. Ach. So eine Taverne. Ich suche sie auch gerade. Da hinten. Hier in der Nähe ist ein Schusser. Brich ihn auf. So, was hab ich dann? Waffen vergessen. Sei höflich zu tot, wenn du sie siehst. Sonst... Ah, hier ist die Taverne. Warum? Ich hab random jetzt Level 21 erreicht. Aha. Sehr random. Ja, tatsächlich. Wenn ich mal auf meinem Spielstand bin gerade. Lass uns diese Idioten ein zweites Mal töten! Als ob ich hier gerade mit dem Karten-Editor abgemockst werde. Hier kommt eine Riesen-Krabbe hierher. Ich muss kaum abwarten, dass mit Seelen zu besuchen... Dein Schusser ist so verbuggt. Ich bin gerade bei mir und jetzt ist alles wieder schön ruhig und 60 FPS. Freut mich. Das ist unfassbar. So. Ich hab neue Haare bekommen. Ich hab neue Haare bekommen. Uh, schick. Was hab ich denn? Neue Hautfarbe. Was? Hast du nur eine Rotfarbe bekommen? Was? Pupillen. Ach du Scheiße, das ist gruselig. Wie nehm ich? Pupille böses Auge. Ich hab jetzt einfach leere Pupillen. Cool, warum kriegst du auch noch coole Skins und ich nicht? Ich hab mein leere Gesicht. das braun ist echt am wichtigsten die anderen farben das braun das ist echt gut ich suche da mal die Würfel bei mir dann kriege ich zumindest guten Loot hier mit dem und Spieler spielen mal eben nebenbei durch wahrscheinlich dann hast du nächstes mal keinen Bock mehr dann habe ich wahrscheinlich wieder mehr bock weil ich dann tatsächlich mal gute Sachen finde ich gehe einmal kurz auf meinen Spielstall das erste was ich gedroppt kriege ist eine sehr starke rotflinte und es ist doch unfassbar metallisch meistens ich habe einen Regenbogen mit einem Stiftfarbe Rüstungsdekoration jetzt weiß ich was mir fehlt die ganze Zeit bei deinem Spielstand ich habe keine Schussgeräusche hast du wohl ausgestellt nein habe ich nicht ich bin jetzt bei meinem und jetzt ist alles wieder normal die sind anscheinend am Anfang des Films ausgefallen tja bringt deinen Rechner mal wieder auf Stand vielleicht kriegst du dein Geld ja zumindest für eine neue Grafikkarte ich weiß auch nicht bei mir lief es ja ich habe ja jetzt ja bei denen ist die zwei fps ja das was die Geräusche liefen alle ja die lief die Grafik nicht aber dafür die Geräusche bei mir lief die Grafik aber nicht die Geräusche anscheinend ich habe jetzt eine interessante Rüstung ja freut mich für dich wow ich will neue Frauen bekommen ein ich table ich ich w Vielen Dank. Vielen Dank. Minch. Nein. 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 Wahrscheinlich gelb. Gibt es auch, aber das sieht irgendwie nicht so gut aus. Minch. Ja. 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 Regel Nummer 1 im Handbuch des Tötens. Schlag stärker zu, als du getroffen wirst. Mein Kante sieht jetzt echt nicht schlecht aus. Befreut mich für dich. Für mein Land und Königen Arschgaul. Das Schlimmste ist schon eingetreten. Das kenn ich schon. Voll Schönheit, der Himmel von der... Danke, danke. Applaus ist das Einzige, das mich am Leben hält. Spiel den selben Song doch mal. Voll Schönheit, der Himmel. Der Glitzerberg, ein ewig. Ich hatte schon seit Ewigkeiten keine Blut. Wieso kriege ich nur Sniper? Es ist unfassbar. Sogar hier. Modi und seine Sniper. Tja, ich habe eine nahkampforientierte Klasse. Tja. Du musst halt nachkämpfen. Bis auf den vernünftiges Schwert. Du meinst wie das, was du gerade gefunden hast, was du nie benutzen wirst, weil du nicht auf Nahkampf gehst? Na gut. Ich beende mal das Spiel. Mach das, ich mache hier weiter. Ist auch schon spät gewohnt. Ja, wohl wahr. Lass uns das Leute wenden. Du spielst das Spiel jetzt noch durch und wirst Level 40. Oder? Das sowieso. Aber das war ja gar keine Frage, dass ich das tun werde. Dann wird das nächste Stream ziemlich schwierig. Für dich. Vielleicht wächst ich auch dann auf den Stufe 24 Charakter einfach. Weil der hier zu stark ist. Komm, lass mal bitte. Das wäre nicht so schön. Ich nehme trotzdem privat jetzt die ganzen Würfel mit. Mehr mache ich jetzt nicht. Das heißt, ein oder zwei Level werden es wahrscheinlich werden. Wird spaßig im nächsten Stream. Naja. Du wolltest ja die Würfelsachen nicht mehr machen und ich will guten Loot irgendwann mal haben. Na dann. Ja. Gut. Dann gute Nacht. Würde ich sagen. Als sticking drauf das hier ist wobei. Go, Entweiss alguma nicht Schweizer? Noch weil das ist GRHELF.